Endlich, es war gerade ein bisschen uffreend. Willkommen zum Live, wie du dein Kind aus der Weinschleife befreist, zu meiner Themenwoche Trösten statt Beruhigen. Und ich warte mal, bis die ersten so eintrudeln. Und gebe mal hier das Thema ein. Weinschleife, ich bin ja wenig, muss sie Multitasking. Weinschleife, warte, Kind aus, hallo Maike. Befreien, Moment, ich brauche einen Moment, Trösten, Stadt. Maya ist auch dabei, wie schön, Stadt beruhigen. Ich habe, glaube ich, gerade zehnmal versucht, live zu gehen. So, jetzt will ich das noch, das hat mir sogar mal die Maya erklärt, wie das geht. Aber jetzt geht es irgendwie nicht. Ah, da, Kommentar fixieren. So. Jetzt warten wir noch auf das Martinsche. Die kommt auch gleich dazu. Ich habe all eure Fragen gesammelt. Ich habe mich gerade schnell noch ein wenig vorbereitet. Wahnsinn, sogar nummeriert. Mal gucken, ob wir uns an den Fahrplan halten. Vielleicht hat Martina ja auch schon angefragt. Nee, hat sie noch nicht. Dann warten wir noch. Genau, Thema habe ich schon genannt. Wie du dein Kind aus der Weinschleife befreist. Und das ist ja diese Woche meine Themenwoche. Trösten statt beruhigen. Und dazu gab es auch schon mal eine Themenwoche. Ich glaube, vor drei Wochen oder so. Und es gibt auch zwei Podcastfolgen dazu. Und eine dritte Folge noch am Montag. Also scheint mir irgendwie wichtig zu sein, das Thema. Könnte man denken, ne? So, wo ist jetzt der Martinchen hier? Weiß sie nicht. Ich lade sie mal ein. Suche. Dr. Martina Stotz. Da. Fragen wir sie mal. Ich hatte ja versehentlich in der Story auch einmal 22.30 Uhr reingesetzt. Vielleicht denkt Martina auch, wir sehen uns um 22.30 Uhr. Das glaube ich nicht. Ja, 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 ja. Martina und ich, wer das nicht weiß, sind sehr eng befreundet. Und ich würde auch jetzt total gerne einfach mit ihr eine Stunde privat plaudern. Es gibt so einiges, was wir zu besprechen haben. Also auf jeden Fall von meiner Seite aus. Und kennengelernt haben wir uns durch die Arbeit. Wir sind uns unsicher, wer jetzt wen angesprochen hat. Ich bin der Meinung, Martina hat mich angesprochen. Und ja, wir arbeiten zusammen. Das sind die Konfliktengel. Uns gibt es bei YouTube. Und da geben wir Impulsvideos für Eltern. Wir haben auch zwei Online-Trainings entwickelt. Und genau. Versuchen, Arbeit und Freundschaft unter einen Hut zu kriegen. So ähnlich wie Arbeit und Familie in Balance. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Auf jeden Fall freuen wir uns beide sehr, heute miteinander hier live zu sein. Nee. Einladung gesendet. Da. Anfragen. Achso, nochmal. Was ist denn los? Ich kann ja jetzt schlecht auf mein Handy gucken, ne? Da seid ihr ja. Da ist er. Schatz, du kannst dir nicht vorstellen, was gerade war. Na, was ist denn los? Ich habe gerade wirklich für eine Viertelstunde mein Handy gesucht. Kannst du dir vorstellen? Dann hat das ja ganz viel Sinn gemacht, dass ich dir geschrieben habe, ich kann gerade nicht live gehen. Ich versuche es weiterhin. Du warst in einem ganz anderen panischen Moment als ich. Bist du auch später reingekommen? Ja, weil ich, glaube ich, zehnmal oder so probiert habe, diesen Live-Button suchen. Ich habe mein Handy zweimal runtergefahren und immer wieder auf diesen Button. Und das hatte ich jetzt wirklich schon mehrere Male. Also, es sind auch schon einige da und ich glaube, es freuen sich ganz viel auf unseren Austausch. Du hast mir heute auch geschrieben, du hast einen sehr vollen Tag. Dafür siehst du natürlich wie immer, Martintje, wie aus dem Ei gepellt aus. Ja, das ist nur der Filter oder das Licht oder was auch immer das alles ist. Du kleine Bitch, du oder? Kann ich nur zurückgeben. Ich bin fertig. Weißt du, wo das Handy lag? Es lag zwischen den Schals, wo ich es natürlich gerade irgendwie lege. Das macht total viel Sinn nicht. Oh Gott, Leute, legt das Handy nie zwischen Flamotten, wirklich. Also, ich lege mein Handy ja tatsächlich gerne absichtlich nachmittags, wenn ich die Kleine habe, in die Besteckschublade. Oh ja, das ist auch gut. Oder in den Kühlschrank hatte ich es auch schon mal gelegt. Ja gut, das ist ein typischer Martina-Ding. Upsi. Bei Martina heißt das immer Upsi. Ich lege das ja absichtlich in die Besteckschublade. Du legst es aus Versehen in den Kühlschrank. Ich lege es absichtlich in die Besteckschublade. Also, findest du den Unterschied? Ich weiß nicht, checkst du das? Ja, total. Die verstehe ich doch meistens. Ja, 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 ja. Weißt du, was das Thema heute ist? Ja, warte kurz. Du hast unten gepinnt. Kind aus der Weinschleife befreit. Ja, ja. Ich habe nämlich Martina gesagt, wir gehen live und wir gehen dann doch bei mir live, weil erst wollten wir bei dir live gehen. Und dann habe ich das so eingeplant. Ach so, ja, gehen wir bei dir live. Ja, passt mega mit dem Thema. Ich sage dir dann Bescheid und heute meldete sich Martina irgendwann und meinte so, sag mal, Kathilein, gibt es ein Thema? Also kann ich mich irgendwie vorbereiten? Ja, keine Zeit kann ich auch nicht fragen. Weiß nicht. Wir machen das wie immer aus dem Stehkreis. Ich würde sagen. Und also du hattest einen vollen Tag mit Schule und Elternberatung, nehme ich an. Genau, ja. War sehr, sehr schön. Also war eine sehr schöne Beratung heute. Wir lieben ja unsere Arbeit. Das ist ja der Vorteil. Ich habe heute... Das verraten uns auch ganz viele wahrscheinlich gerade so stark. Also ganz ehrlich, immer lieben wir unsere Arbeit auch nicht. Es gibt viele Dinge, die ich an meiner Arbeit auch nicht liebe. Also ich weiß, kannst du doch so pauschal für mich nicht mitsprechen. Geht es eigentlich nicht? Ich habe heute noch in einem Gespräch gesagt, ich könnte ja 24 Stunden am Stück arbeiten. Wäre da nicht meine Familie? Ja. Nun nein, ich bin ja froh, dass es meine Familie gibt. Und ich wollte erzählen, ich hatte heute Nachmittag Mama-Dienst. Und ich habe... Mein Mann ist nächste Woche unterwegs. Der baut seine Ausstellung auf, die niemand sehen darf. Wegen Corona. Genau. Der ist auf jeden Fall vier oder fünf Tage weg. Und das weiß meine Tochter schon, weil wir sie da schon so ein bisschen abholen und nicht von heute auf morgen. Und sie braucht da so ein bisschen Übergang. Und das heißt, ich bin seit gestern in der Dauerweinschleife meiner Tochter, weil sie eigentlich jetzt schon anfängt, den Papa die ganze Zeit zu vermissen. Immer wenn ich sie angucke, irgendwie haben sie es total schön. Am liebsten würde ich sagen, er ist doch noch da. Er ist noch nicht weg. Und dann denke ich mir, wie wird die nächste Woche? Ich halte das nicht aus. Du kannst mir einfach das Telefon rübergeben, dann mache ich mit der Einführung weiter. Dann kann ich mir, ich gucke Martina an. An Niki schreibt gerade dies aus meinem Kurs, die Weinschleife. Also wir wissen alle, was Niki meint. Also das sind meine Kursteilnehmer. Jetzt kriege ich den Text nicht über dich weg. Seht ihr Martina noch? Da stehst du drüber. Da stehst du drüber, ja. Ich mache das mit meiner Stimme irgendwie wetsch. Geh doch mal weg. Nein, ich finde das kacke. Das gibt es doch jetzt nicht. William ist auch dabei. Das freut mich auch sehr. Auf jeden Fall, die Leute, die bei meinem Kurs dabei sind, wissen, wir trinken ganz gern mal dann einen zusammen, auch in der Übungsgruppe. Und deswegen machen die hier gerade ein Wortspiel daraus, als ob ich jemals tiefer ins Glas gucken würde. Martina, du ja auch nicht. Niemals würde ich das machen. Ich frage mich eigentlich gerade, wo meins ist. Ja, ja. Hatte ich ja auch überlegt. Aber ich dachte, wir wollen ja heute so tun, als ob wir professionell sind. Deswegen dachte ich, lachen wir es vielleicht erstmal weg. Wir können ja nachher noch kurz anschussen. So, wollen wir jetzt mal Tacheles sprechen oder machen wir weiter mit dem? Ich könnte ja Stunden mit dem. Also ich bin bereit. Ich bin eh noch so im Arbeitsmodus. Okay, komm, komm rein, rein, rein. Aber du hast ja gerade das schöne Beispiel genannt von deiner Tochter. Ja, ich möchte nur anders einsteigen, weil das war nämlich das, dass ich ja möchte heute, weil ich habe ja schon vor drei Wochen eine Themenwoche gehabt. Ich habe zwei Podcastfolgen dazu. Es kommt Montag noch eine Podcastfolge dazu. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, könntest meinen, das Thema wäre mir wichtig. Diese Woche ist eine Themenwoche Trösten statt Beruhigen. Und ich wollte absichtlich heute den Schwerpunkt legen, wir können dann ausufern, wie wir wollen, absichtlich den Schwerpunkt darauf legen, auf diese Fälle, wo das Kind sich einfach so reinsteigert. Also wir können jetzt sagen Hysterie oder manche erbrechen auch oder kriegen keine Luft mehr. Also das gibt es ja und ich glaube, das gibt es öfter, als wir denken. Und dazu habe ich ja bewusst Fragen gesammelt, wobei auch ganz viele andere Fragen reinkamen. Nur ich dachte, deswegen habe ich sortiert, dass wir anfangen bei diesem Thema, weil da habe ich jetzt in meiner Themenwoche nichts dazu. Weißt du, das ist quasi unser, wir sind Teil der Themenwoche. Verstehst du das? Ja, ich bin Teil der Themenwoche. Ja, sowieso. Du bist immer Teil, mein Teil. Verstehst du? Der zweite Teil. Gut, ich bin bereit. Stell mir endlich mal eine Frage. Ja, 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 ja. Also ich stelle die uns die Frage. Wir starten mit, wann ist genug geweint, wann ist genug in Gefühl gebadet? Ich dachte, damit starten wir mal ein, um mal eins klarzustellen. Martina, möchtest du oder bist du hier mal nicht? Ja, die Sache ist eben die, dass dein Kind entscheidet, wann es fertig ist mit dem Gefühl. So ein Mist. Wann es, ja, wann es sein Gefühl ausgelebt hat. Und natürlich kannst du dein Kind dabei begleiten und auch währenddessen immer wieder Strategien anbieten, ja, dieses Gefühl, sag ich mal, zu überwinden oder eben aus dem Gefühl auch rauszukommen. Also ich hatte das heute zum Beispiel in der Beratung zum Thema Angst, ja. Und das ist durchaus in Ordnung, auch mal Strategien anzubieten. Nur grundsätzlich ist es eben so, dass dein Kind es für seine Entwicklung braucht, durch dieses Gefühl durchzugehen. Und das kann unglaublich anstrengend sein, diese Geduld natürlich währenddessen zu wahren. Also sagt keiner, dass das einfach ist. Nee, es ist wirklich teilweise, also bei mir reicht ja gerade schon ein Pa, Pa und der Zeiger ist im roten Bereich. Nee, da kommen wir später auch noch zu. Also das ist mir auch wirklich ein, und das weiß ich, das geht dir genauso. Das ist so wichtig, einmal zu kapieren, dass niemand anders zu entscheiden hat, wann die Empathie genug ist, wann ein Gefühl fertig gefühlt ist, wann die Wut in Freude überschwappen darf, wann die Trauer in Freude überschwappen darf, wann die Angst in Freude überschwappen darf. Manchmal dauert das sogar Tage, Wochen oder Monate. Kommt auf den Prozess an, ja. Also wie stark es wirklich ist. Und auch diese, manchmal wiederholt sich das ja dann auch, ne. Wir hatten es doch gerade geklärt. Oder wir haben doch gestern erst, eigentlich war doch dann alles gut. Nee, jetzt ist eben nicht alles gut. Und ich finde ja so herrlich diesen Spruch. Ich glaube, Nora, du bist ja morgen auch mit ihr live, hat denen auch gesagt, dieses, dass dein Kind macht kein Drama, sondern dein Kind erlebt gerade ein Drama. Ja. Und das Drama... Macht auch kein Theater, ja. Nee, sondern erlebt Theater. Und ich habe dann in meiner Story gesagt, dein Kind macht gerade keine Mücke aus dem Elefanten, sondern es reitet gerade einen Elefanten. Ja. Und es kommt ein Riesengefühlselefant, der sich durch dein ganzes Kind bewegt. Also dieses Beispiel habe ich immer im Kopf. Das ist wie so ein riesengroßer Gefühlselefant, ja. Und dein Kind wird davon einfach übermannt, ohne das steuern zu können. Genau. Also das war die Eingangsfrage. Und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Das geht los mit, also wenn sich Kinder so reinsteigern, dass sie wirklich keine Luft mehr bekommen, also Atemnot, sich erbrechen. Also du wirklich den Eindruck hast, die ersticken auch gleich oder können sich verschlucken dann, ja. Was tun? Da gab es eine, die hat die Frage gestellt, ich habe mal gelesen, ins Gesicht pusten soll helfen. Wäre jetzt eine Strategie, ne. Ich dachte, da tauschen wir uns mal ein bisschen drüber aus. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, nur das gibt es halt wirklich, dass Kinder sich vor lauter Gefühlen anfangen zu übergeben. Martina, was ist da los? Bei mir? Da hat irgendwas vibriert. Ja, ich weiß auch nicht, warum mein Handy das macht. Also heute läuft wirklich nichts nach Platz, sage ich dir. Also Maike schreibt, Affektkrampf auch gerne als Folge. Genau, also das kann sich wirklich sehr steigern. Was machen wir denn da? Also wir trösten und trösten und statt das, was wir erhoffen, dass das Kind anfängt, dadurch, dass ich die Gefühle auffange, sich ein wenig zu beruhigen durchs Trösten, kommt einfach diese Steigerung und im schlimmsten Fall der Affektkrampf. Ja, also soll ich dazu was sagen, Fati? Gerne. Ja, fang gerne an. Also ich glaube tatsächlich, dass in so einem Extremfall, wenn ein Kind sich extrem reinsteigert, es erlaubt ist, an dieser Stelle auch eine kleine Ablenkungsstrategie anzuwenden, um dein Kind aus diesem Extremgefühl und aus diesem Reinsteigern kurz rauszuwenden. Das heißt nicht, dass du dein Kind grundsätzlich von seinem Gefühl ablenken sollst, sondern es ist in Ordnung, ich liebe das, wenn du Kantonine machst. Ich weiß, deswegen mache ich es. Es ist in Ordnung, wenn du dann zum Beispiel sagst, komm, trink mal einen Schluck Wasser oder komm, wir schütteln mal den Körper oder komm, wir klopfen mal den Körper, damit dein Kind wieder zum Körper kommt und ihr in Bewegung kommt, also ins Handeln kommt, kann ich in so einem Fall wirklich empfehlen, was übrigens auch bei Angst, ja, wir Kinder ja auch oft wegen Angst, eben in so einen Weinkrampf kommen, extrem gut helfen kann. Ja, also ich finde ja sogar, ich fand das jetzt schön, was du gerade gesagt hast, dass die wieder ins Spüren kommen. Ich glaube ja, dass sie dann wirklich über den Punkt hinaus sind. Also ich sage dann gerne so, die sind wie so einmal kurz zum Mond geflogen. Die sind gar nicht mehr anwesend. Und dass sie, die brauchen dann unsere Hilfe, unsere Führung und auch die Entscheidung, die wir als Erwachsene treffen, die Verantwortung, die wir haben, diesem Kind zu helfen, wieder ins Spüren zu kommen. Und das geht meistens beim Kind über Berührung. Also und ich würde sogar sagen, weil du sagst, dass in diesen Fällen darf ich mal eine kleine Ablenkung nehmen. Also ich bin so eine, ich bin dann wirklich kurz, dass ich nicht panisch, also das wäre natürlich wieder die andere Seite, versuche irgendwie zu gucken, dass du ruhig bleibst, sagt sich so einfach, weil Maik hat gerade schon geschrieben, irgendwann Ohnmacht, nur wir greifen ja vorher ein. Ja, also nehmen wir mal an, es fängt an, sich zu übergeben, dass ich wirklich meinen Tonfall auch ändere, dass ich ganz klar sage, ich bin hier, du hörst mich, guck mich an. So und hier fasse ich dich an und jetzt bewege ich dich einmal. Ja und meinetwegen, wenn du sagst, okay, wenn es hilft, deinem Kind ins Gesicht zu pusten, ist natürlich fraglich, das wäre, das würde ich jetzt nicht so schnell machen, weil das ist ja schon auch hier, also stell mal vor, egal wie es mir geht, mir pustet einer ins Gesicht, du, der hätte aber Kachala, hätte der eine sitzen. Gut, dann wäre ich wieder da, okay. Nur irgendwie brauchen wir ja was, was die Grenze noch wahrt. Den Raum wechseln, die Temperatur wechseln, kurz rausgehen, kurz zusammen draußen rumspringen, Handelmänner machen. Also alles, was dein Kind eben ins Tun, ins Bewegen bringt und vielleicht sogar dazu führen kann, dass ihr aus irgendeinem Grund vielleicht kurz lachen dürft. Ja, das Wichtige ist natürlich nur dann, danach trotzdem wieder auf dieses Gefühl einzugehen und dem wieder Raum zu geben, wenn dein Kind da aus diesem Einsteigern, sage ich mal, rausgekommen ist. Weil das ist, glaube ich, das, was auch so kompliziert für viele ist. Wir sollen auf der einen Seite die Gefühle begleiten, aber dann dürfen wir sie doch ablenken. Und eigentlich sollen wir jetzt nicht überstülpen und irgendwie nicht so groß, also gewaltig körperlich sein und dann jetzt noch anpassen. Also das ist natürlich der schmale Grat und es kam gerade auch schon eine Frage rein. Ich weiß nicht, ob ich den Punkt erkennen würde. Doch, den wirst du erkennen. Und es ist wirklich nochmal wichtig zu sagen, was Martina auch eben gesagt hat, in diesen besonderen Fällen, also was wir dir hier mitgeben möchten, ist, das sind wirklich diese Extremfälle, wo das Trösten keine Strategie mehr ist. Ja, also weil dein Kind gar kein, das hört nichts mehr, das spürt nichts mehr, es ist einfach over. Und Maike hat gerade geschrieben, dieser satte Körperkontakt, ich nenne das halt immer dieses Berühren. Also ich versuche das, ich finde eigentlich satter Körperkontakt gefällt mir sehr, Maike. Also wirklich auch, trau dich dann auch mal dein Kind anzufassen. Wir machen, es ist ja immer die Frage, mit welcher Haltung machst du das? Mache ich das, weil mich das so abnervt gerade und ich dich am liebsten aus dem Fenster schmeißen würde, ist eine andere Haltung, als zu sagen, okay, ich sehe gerade, du brauchst dringend Unterstützung und ich hole dich da jetzt raus. Genau, wenn deine Haltung in dem Moment gewaltfrei ist und du bei deinem Kind bist, du vor allem dir innerlich sagst, ich tue dir gerade das Richtige für mein Kind, dann hast du auch eine Sicherheit, die du ausstrahlst, die dein Kind in dem Moment ganz dringend von dir benötigt. Dieses, ich darf so sein, wie ich bin und da ist jemand, der nimmt mich an die Hand und zeigt mir, wo es jetzt hingeht, damit ich aus diesem Reinsteigern rauskomme. Und was du gerade gesagt hast, kann ja auch sein, dass vielleicht er, also probiert ihr dann bitte aus, ob er der Hampelmann hilft oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, auch dies ins Lachen zu kommen. Alles fein, was wir brauchen ist, irgendwann nochmal zurückzukommen zu diesen Gefühlen. Das muss nicht direkt danach passieren, es kommt auch aufs Alter drauf an, wie tief das geht. Nur, wenn ich nur ablenke und danach nicht mehr darüber spreche, ist irgendwie, ja, beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Weil wir wollen ja schon, dass das Kind lernt, seine Gefühle zu erkennen und auch lernt, damit umzugehen. Und es gibt allerdings ja auch Momente, da ist es dann auch mal in Ordnung, nicht mehr darüber zu sprechen. Ja, ich meine, ihr könnt jetzt auch nicht sechs verschiedene Wutausbrüche am Tag sprachlich mit einem Kind aufarbeiten. Das meinen wir auf gar keinen Fall. Also da werdet ihr irgendwann irre. Sondern es geht darum, grundsätzlich zur Haltung zu haben. Jedes Gefühl darf es sein. Und ich gehe auf dieses Gefühl später mit meinem Kind nochmal ein, sehen, ob das eben vielleicht dann auch nur durch ganz viel körperliche Nähe ist. In der ich einfach durch meine innere Haltung signalisiere, ich bin bei dir und das war jetzt gerade anstrengend. Und ja, deine Wut oder was auch immer gerade war deine Angst, das war gerade wirklich richtig viel für dich. Das kann ich ja auch durch meine körperliche Haltung, durch meine Mimikgestik, Stimme, wie ich mit meinem Kind bin, signalisieren. Und jetzt kommen gerade, ich lese gerade so ein bisschen quer die Kommentare auch, das wird mein Kind nicht zulassen. Ich bin ein Hampelmänner, glaube ich, schaffe ich in dem Moment nicht. Probiert das aus. Was braucht euer Kind und was ist auch für euch in Ordnung? Nur wir reden hier über den Extremfall, wenn das Kind kurz vor einer Ohnmacht ist, kurz davor ist, keine Luft mehr zu kriegen, sich zu erbrechen. Und da braucht es einen Notkoffer. Und da greifst du ein und da fragst du auch nicht, ob jetzt der Hampelmann für mich okay ist oder ob ich mein Kind jetzt kurz mal anfasse und sage, ich bin hier, guck mich an. Ja, und wir kriegen das hin. Ich hole dich wieder zurück vom Mond. Also welche Art und Weise du dann anwendest oder mehrere nacheinander, weil du es versuchst, probiert euch da aus. Es ist nur wichtig, euch mitzugeben, dass wenn das der Fall ist, dass ihr wirklich eingreift als Erwachsene und nicht überlegt, ja, nur eigentlich ist ja Trösten, jetzt kriegt mein Kind gerade gar keine Luft mehr. Ach, kriegst du keine Luft mehr? Hast du so eine Angst? Ja, nee, bist du dein Kind schon erstickt? Absolut, ja. Und das ist in dem Fall tatsächlich die Verantwortung, die du übernehmen darfst. Trau dich in dem Moment, das zu tun. Wenn du jetzt auch gerade geschrieben hast, manche haben ja geschrieben, Hampelmänner oder so, könnte ich in dem Moment nicht, was du auf jeden Fall kannst, ist dein Kind hochnehmen, zu dir nehmen, den Raum zu wechseln. Also auch wirklich dieser Temperatur. Fenster auf, Fenster zu. Genau, ganz genau, kurz zusammen draußen atmen und die Luft wahrnehmen. Also oft ist auch wirklich dieser Umgebungswechsel enorm gut, um aus so einem starken Gefühl in dem Moment rauszukommen. Weißt du, was mir dazu gerade einfällt, Katja, mir hat neulich eine Freundin erzählt, die Mutter hätte sie früher in die Dusche gesetzt und kalt abgeduscht. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt, weil du ja vorher das mit dem ins Gesicht müssen hattest. Da geht es natürlich um die Selbstbestimmung des Körpers. Ich finde, wenn jemand anders im Außen mit kaltem Wasser kommt, das ist dann tatsächlich was, was aus meiner Sicht auch zu weit geht. Ja, und ich grinse gerade so, weil es gab wirklich mal eine Situation, wenn ich mit unserer Tochter in den Garten wieder rein, in den Garten wieder rein und habe dieses Knäuel auf meinem Arm und nur, es ist in dem Moment nicht schlimmer geworden. Es hat halt nur ein paar Meter, ein paar Läufe gebraucht, bis sie sich runtergefahren hat und wir weitermachen konnten. Nur dann wolltest du sie in die Dusche stellen mit dem kalten Wasser. Nein, 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 nein. Oh, auf die, den Gedanken hatte ich wirklich noch nie. Ja, klar, das hilft bestimmt. Also es hat so geholfen, dass meine Freundin heute noch mit Schrecken darüber spricht. Also das hat sie nie vergessen. Deswegen, ich denke, das ist ja genau das, was so herausfordernd ist, einen Weg zu finden, der gewaltfrei ist. Und gleichzeitig führt. Genau. Immer wieder. Okay, dann haben wir den Fall, das Kind kommt einfach nicht runter, jedes Trösten macht es noch schlimmer. Also die Empathieschleife läuft. Mensch, du bist ganz traurig. Also es kann ja jetzt, Trösten kann ja sein, Trauer, Angst, Wut, kann ja alles Mögliche sein. Und ich tröste und das Kind kommt irgendwie nicht runter und gefühlt wird es immer schlimmer. Und da bin ich so an einem Punkt, wo ich sage, okay, tröstest du wirklich? Die Frage würde ich erst mal stellen. Also wo bist du empathisch gerade? Wo bist du mit deiner Haltung? Und dann brauche es das vielleicht auch. Also solange ich nicht kurz vorm Kotzen bin als Kind, für dich ist das vielleicht gerade total schwer, weil du denkst, mein Gott, ich tröste jetzt seit zwei Minuten. Jetzt musst du aber langsam mal und hilfe uns wird noch mehr. Vielleicht sitzt einfach so viel Gefühl da, oder was würdest du sagen? Ja, und die Frage ist auch immer, ist da vielleicht dann auch noch was anderes, was vielleicht im Moment gerade mein Kind belastet. Oft ist es ja dann nicht diese Situation, die wir vermeintlich annehmen, ja, dass es zum Beispiel nicht der Orangensaft war, den das Kind sich gewünscht hat, ja, sondern was anderes. Der Orangensaft. Genau, vielleicht ein Wachstumsschub oder Bauchschmerzen oder, 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 oder. Es kann ja so viel anderes noch dahinterstehen oder zurzeit irgendwie Druck in der Schule, was auch immer alles dahinterstehen kann. Und oft sehen wir in den Momenten ja nur die Situation und denken, das war doch jetzt gerade nicht so schlimm. nur eben sich nach zu überlegen, was war denn vielleicht heute sonst noch oder was für Herausforderungen hat mein Kind denn zurzeit noch zusätzlich. Und jetzt in der Zeit ist es ja sowieso so, dass Kinder so viel meistern müssen. Ja, das stimmt. Ja, also Raum lassen für die Gefühle. Ich glaube, das fällt einfach manchmal uns selber sehr schwer, weil das habe ich gerade, glaube ich, in die Mail für Montag für die Podcast-Mail geschrieben, weil dafür braucht es natürlich auch erstmal die Annahme überhaupt der eigenen Gefühle und Gefühle überhaupt. Und viele von uns haben das ja einfach gar nicht wirklich mitbekommen, dass Gefühle okay sind und die starken schon mal gar nicht. Ja, und viele Kinder leben tatsächlich aus, erlebe ich in den Beratungen oft, diese starken Gefühle von Wut und Trauer oder was es auch immer ist, aus, die Eltern manchmal selbst nicht ausgelebt haben. Genau, das wollte ich damit sagen. Die unterdrückt haben. Ja, ja, ja. Und dass das dann sich wirklich zeigt im Verhalten der Kinder und es sozusagen eigentlich wie ein Geschenk zu sehen ist, dass da ein Kind ist, das mir endlich zeigt, dass auch ich meine Gefühle ausleben dürfte, dass ich da was heilen dürfte. Das stimmt. Und wo du gerade sagst, sagst Geschenk, es ist ja oft so, dass das gerade bei einer Person, also bei der Mama oder beim Papa oder bei einer anderen Bezugsperson, der Fall ist, dass das so ausartet, ja, das wirklich als Geschenk zu sehen. Also bei mir ist es bei uns übrigens so, dass meine Tochter das zunehmend, also weitestgehend bei mir macht und ich habe irgendwann gecheckt, dass das ein großes Geschenk ist, dass sie offensichtlich das Vertrauen hat, dass das okay ist bei mir oder dass ich das auch halten kann, also dass sie auch diese Sicherheit hat vielleicht. Dass du sie auf jeden Fall immer noch lieben wirst, auch wenn sie noch so stark die Gefühle zeigen. Ja. Jetzt kommt meine persönliche Lieblingsfrage. Ich habe sie heute in der Story schon angekündigt. Kind ist drei Jahre alt, schaut sich dabei in den Spiegel an und kommt nicht mehr raus oder es wird noch schlimmer. Also das Kind weint, du tröstest und dein Kind guckt sich dann in den Spiegel an und ja, guckt eben zu, wie es weint. Hast du eine Idee, warum ich die Frage so geil finde? Ich habe eine Vermutung, starte mal. Du hast es sicher selbst gemacht. Ach, wo ist sie? Klar, guck. Und meine Tochter macht es auch. Meine Tochter macht es halt auch und das kann ich Gott sei Dank echt gut annehmen, weil das ja so wichtig ist. Wir reden oft über das Spiegeln. Spiegel deinem Kind die Gefühle und genau das macht das Kind da gerade und es versucht zu erfahren. Ich spüre was, wie sieht das aus und was passiert, wenn ich es so mache und wenn ich noch mehr mache und dann kratze ich da. Oh, so sehe ich auf. Und dann erschrecke ich mich womöglich noch vor mir selbst. Ja, also klar, es kommt da nicht mehr raus. Warum auch? Weil es ja gerade ganz viel lernt vorm Spiegel. Ich kenne es von mir früher, nur wenn ich meine Tochter sehe, wenn sie sich anguckt, die kommt da auch erst mal nicht raus, weil sie gerade in einem Lernprozess ist. Die sammelt gerade Erfahrung. Und da lasse ich die dann auch erst mal in Ruhe. Vielleicht sage ich noch, Mensch, und guckst du gerade, wie deine Wut aussieht oder guckst du gerade, wie deine Traurigkeit aussieht. So sage ich dann. Oh Gott, das ist echt mein Highlight. Ich habe die Frage heute schon gelesen und dann dachte ich mir schon, ich habe eine Vermutung, warum du dich so drauf freust. Das hatte ich Martina im Vorfeld nämlich mitgeteilt. Diese Frage habe ich ja schon mitgeteilt. Ja, was sag du doch nochmal was dazu. Ja, also dein Kind möchte sich, wie du gerade eben gesagt hast, selbst erfahren, selbst beobachten. Und ja, das ist genau das, was du gemeint hast, dieses Spiegeln, um zu schauen, was passiert mit mir und sicher dann auch teilweise das Erschrecken darüber, was da eigentlich los ist. Also es ist mein Ernst. Ja, ich bin ganz bei dir. Es ist ja auch ein Stück weit Selbsteinfühlung, was ein Kind in dem Moment tut. Das ist eigentlich sehr schlau, zu gucken. Es ist das Gleiche, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und mir zum Beispiel sage, morgens, also heute hast du echt schlecht geschlafen, du Arme, hattest echt eine schlechte Nacht. So ähnlich ist es beim Kind, nur halt viel stärker, wenn es vom Spiegel geht. Ich glaube, dass es mir gerade einfällt, Martina, wenn es mir ganz schlecht geht, kann das sein, dass ich das heute noch mache. Ich erinnere mich, manchmal stehe ich vor dem Spiegel und gucke und es ist wirklich eine Form von Selbsteinfühlung. Wirklich? Wenn keiner da ist, der mir Einfühlung gibt, schau ich in den Spiegel. Ja, und das ist meistens eben so. Ich erreiche dich nicht, sonst ist keiner da, der bereit ist, also gehe ich zum Spiegel. Scheiß drauf. Also, okay, diese Spiegelstrategie nehmen wir also als gesunde Strategie, sagen dem Kind trotzdem hin und wieder, brauchst du mal eine Hilfe, also bieten sie natürlich an, nur lassen dem Kind auf jeden Fall die Erfahrung vor dem Spiegel. Definitiv und wenn dein Kind sich da weiter reinsteigert, erstmal da keine Sorge zu haben, das macht gerade Erfahrung und was ich wirklich angefangen habe, eben als ich das bei meiner Tochter, also die ersten zwei Male erlebt habe, ist ja jetzt auch schon länger her, dass sich das wirklich so benannt hat. Mensch, und du schaust dir gerade deine Traurigkeit an, deine Wut, deine Angst und vielleicht mich auch daneben zu setzen, wenn sie es zulässt. Zeig nochmal, oder es kommt darauf an, wie schwerwiegend gerade das ist. Ja, genau. Das ist eine krasse Selbsteinfühlung. Definitiv. Also, uns fragen doch immer so viele, Martina, wie schaffe ich es, mir selbst Empathie zu geben? Das ist doch die neue Strategie, die wir einfach raushauen. Schau dich im Spiegel an und du rockst den Tag. Beratung geschenkt, du. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade so einen richtigen Aha-Moment durch diese Frage. Ernsthaft jetzt? Ja, es ist wirklich so, auch dieses, also jetzt bezogen aufs Erwachsenenalter, dass wir das ja wirklich auch regelmäßig tun, uns anzuschauen und es ist ja auch dieses morgens zum Beispiel aufzustehen und sich anzulächeln. Also, es ist eigentlich diese Beziehung, die das Kind in dem Moment zu sich selbst aufbaut. Ja, oder wo wir ja auch sagen, in unserem Online-Training, ich bin wichtig, ich glaube, wir sollten diese Strategie da noch mit einbauen. Die muss da mit rein, Martina. Auf jeden Fall geht es ja auch darum, oder das war sogar im Online-Training, behalt die Nerven. Also, wir sind ja die Konfliktengel, Martina und ich hatte das eingangs schon kurz erwähnt und wir haben zwei Online-Trainings und auch diese Strategie mit den Glaubenssätzen, dich im Spiegel anzugucken und dir die Glaubenssätze zu sagen, ist ja genau dasselbe eigentlich. Also, arbeitet mit dem Spiegel, Spiegel-Ladies, ja, und dann kriegen wir das alles hin. So, jetzt haben wir den Fall, kam auch schon mehrfach jetzt gerade in den Kommentaren, das Kind weint, weint, weint und will sich nicht anfassen lassen. Oder dieses, komm her, geh weg, komm her, geh weg. Kennen wir ja. Also, ich habe hier so eine Kandidatin. Wenn dein Kind die Ruhe braucht, in dem Moment gibst du deinem Kind diesen Abstand, diese Ruhe und dein Kind weiß in dem Moment ganz genau, dass du jederzeit auch wieder da sein wirst. Ja. Genau. Und wenn das in dir natürlich viel auslöst und du dich das verärgert, ja, darfst du einfach mal schauen, was es eben bedeutet. Also, dass du vielleicht denkst, ja, wenn du jetzt nicht willst, dann kriegst du auch nicht. Ja. Ich bin jetzt schon zweimal auf dich zugekommen, dann hast du mich zweimal weggeschickt, also jetzt hast du Pech gehabt. Genau, das sind diese Überzeugungen, die dann vielleicht aus deiner Kindheit, die du mit dir rumschleppst, wenn du merkst, dass dich dieses Verhalten extrem triggert. Nur, dass dein Kind eben manchmal diese Nähe auch wegstößt, das ist auch eine Form von Strategie, weil es auch alleine erfahren möchte, wie es mit dieser Wut ist. Manchmal hilft diese Nähe in dem Moment noch nicht. Da will ich noch alleine durch. Und dann kann es aber zwei Sekunden später sein, dass ich die Nähe doch brauche. Und dann zwei Sekunden später wieder nicht. Und dann, das ist, das ist auch so wichtig eigentlich, das begleiten zu können, damit die Kinder auch erfahren können, was brauche ich eigentlich? Was hilft mir gerade? Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder das immer schon wissen, das ist ziemlich hoch angesetzt, weil wir wissen es ja teilweise selber nicht in starken Gefühlsmomenten, was wir jetzt genau brauchen. Also das ist das Ziel und daran arbeiten wir. Es hat gerade einige geschrieben, mein Kind hält sich, ich komme dann auch nachher nicht an sie ran, hält die Ohren zu. Wo ich auch immer sage, halt doch die Klappe, dann ist dein Kind gerade noch gar nicht bereit für Empathie, nicht bereit für körperlichen Kontakt, nicht bereit für Empathie. Hab Geduld, hab Vertrauen. Es muss ja auch nicht immer alles sofort zerredet werden. Und manchmal ist große Trauer da und es reicht dem Kind, dass du drei Meter entfernt sitzt, von der Haltung da bist und sag, deine Trauer darf sein. Du hältst die Klappe. Dein Kind kann noch keine Berührung annehmen. Dein Kind hält die Ohren zu, weil es gerade so überfordert ist. Nur du bist ja da. Und es ist, glaube ich, diese Ohnmacht und diese Hilflosigkeit, die häufig dazu führt, dass man so viel reden möchte. Weil wir Erwachsenen gelernt haben, Reden ist eine Strategie, um mit Gefühlen umzugehen. Nur dein Kind ist in dem Moment nicht ansprechbar. Das kann nur auf nonverbale Signale reagieren, wenn es in so starken Gefühlsmomenten drinsteckt. Und deswegen hab Vertrauen, dass deine Nähe, auch wenn du nicht direkt bei deinem Kind dran sein darfst, ausreicht. Und dass dieses Reden und dieses viele auf dein Kind einreden gar nicht nötig ist. Vor allem nicht, wenn es die Ohren zuhält. Nee, das schon mal gar nicht. Auch nicht, wenn es sich versteckt. Wichtig ist nur immer zu signalisieren, ich bin da. Also, ich bin hier. Dann haben wir das, habe ich sogar mehrere. Also einmal, die starken Gefühle und ich will trösten, nur wir sind mitten im Laden, im Zug, beim Essen. Anderen brauchen Ruhe. Es geht so Thema Lautstärke auch so rum. Was mache ich? Nehme ich das Kind und gehe vom Esstisch weg, gehe ich im Zug auf die Toilette, gehe ich im Supermarkt vor die Tür. Also ich finde, der Stress liegt ja meistens bei einem selber. Für einen selber kommt ja oft auch die Lautstärke der Kinder viel krasser einem vor, als sie tatsächlich ist. Das noch mal irgendwie so ein Realitätscheck zu machen. Wo bin ich jetzt hier gerade und was ist eigentlich gerade Sache? Und es kann schon sein, dass ich die Entscheidung treffe, dass ich mit dem Kind aus der Situation rausgehe, um einfach für uns einen Raum zu finden, für diese Gefühle und auch für die Begleitung. Auch einen geschützten Raum. Es geht ja auch darum, dem Kind den Schutz zu geben. Ja, in dem Moment. Vielleicht ist es nicht öffentlich vor vier, fünf, sechs Leuten. Ja, ich sage mal, an der Supermarktkasse, interessant, weil das kommt auch Montag im Podcast vor, an der Supermarktkasse brauche ich, werde ich keine Tröstaktion starten. Ich werde zusehen, dass ich meine Einkäufe einpacke und dann werde ich mit dem Kind rausgehen und werde dort eine Szenerie schaffen für uns, wo ich das Kind begleiten kann. Es kann auch sein, wenn es Wut ist, dass ich das Kind um sich schlagend aus dem Supermarkt raustrage mit den Einkäufen. Nur ich werde das nicht in der Szenerie an der Supermarktkasse machen, weil ich bin ja nicht dafür da, hier ein Theaterstück aufzuführen. Ja, sondern oder auch, wenn wir... Ich bin mir das gerade so vor, weißt du, wie du da stehst in der Schlange und hinter dir 50 Leute und du anfängst mit GFK, das wäre es. Ja, das mache ich dann gerne, weil es mich auch entstresst. Weil wenn natürlich eine Supermarktkasse ist, ist für mich immer eine Form von Stress, weil da wird ja kassiert und gemacht und hinter dir stehen Leute, damit ich auch entsprechend für mein Kind da sein kann oder eine Situation, wir sind... Das hat es jetzt lange nicht gegeben, nur wir haben Besuch, wir sitzen am Tisch und es kommen starke Gefühle und ich gehe ins Trösten rein und das Kind sitzt da erst mal fest drin, ja, also kommt erst mal nicht raus, dann kann es sein, dass ich mit dem Kind die Szenerie verlasse, nur eben nicht mit dem Hintergedanken, ich sperre dich jetzt weg oder ich nehme dich hier weg, weil du unzumutbar bist, sondern ich sage... In diesem Essen. Genau. Ich nehme ich, wie ich trage uns jetzt, wir gehen in einen anderen Raum, damit wir das gemeinsam uns um dich kümmern können oder ich kümmere mich um dich und ich helfe dir dabei und weil, ich sage mal, die brauchen ihre Ruhe beim Essen, ich brauche auch Ruhe, um mein Kind begleiten zu können und ich brauche schon gar nicht irgendwelche blöden Kommentare von der Seite, was ja durchaus beim Familienessen auch mal passieren kann. Da schreibt auch gerade noch, das passt total gut dazu, was mache ich in der hellhörigen Wohnung, wenn das Kind schreit und brüllt? Tja, also die Wohnung ist halt hellhörig, du kannst ja dem Kind schlecht in den Mund so halten und wenn den Nachbarn das zu laut ist, dürfen die ja eine Strategie für sich finden. Du kannst ja dem Kind, willst du dem Kind sagen, schleise, die Wände sind zu dünn. Ich finde tatsächlich, man kann vielleicht anbieten dem Kind, dass es auch mal vielleicht ins Kissen schreien kann. Das definitiv. die Lösungen suchen, weil wir natürlich auch Rücksicht vermitteln wollen. Das ist was, nur natürlich ist es in dem ersten Moment für das Kind nicht möglich, oft das auf eine leisere Art und Weise zu machen und über solche Strategien, das ist ein Weg dahin, dass ein Kind vielleicht irgendwann mal anfängt, ins Kissen zu schreien. Ich meine, das kannst du auch gerne mal vormachen oder das mit dem Üben, mit einem Rollenspiel. Also ich würde zum Beispiel vorschlagen, dass wenn du in der hellhörigen Wohnung Gefühle hast, die dich übermannen, dass du genau damit schon mal anfängst. Und das ist auch etwas, das würde ich außerhalb von starken Gefühlen mit dem Kind erarbeiten, Schritt für Schritt und dann in diesen Fällen dem Kind helfen, das umzusetzen, also nicht zu erwarten, dass das Kind das jetzt sofort, ah, ich bin jetzt ganz traurig und ich weine so laut, deswegen nehme ich mir das Kissen. Das wird beim Kind nicht passieren. Da hilfst du dem Kind, nur wenn dein Kind nicht bereit ist, ins Kissen zu weinen, du kannst es ja schlecht vors Gesicht halten und ich habe mir auch irgendwann gelernt, wir haben ja auch einen kleinen Garten mitten in der Stadt und ich hatte ganz oft dieses, ah, jetzt seid mal leiser, irgendwie nicht, auch die Nachbarn und irgendwann habe ich mir gedacht, also wir wohnen hier, wir sind in einer Großstadt und es gibt hier einen gewissen Geräuschpegel und ich habe Kinder, die in meinem Garten spielen. Wenn dich das stört, dann kannst du gucken, wie du dich erstmal um dich kümmerst. ja, ich bin auch gern bereit, dich dabei zu unterstützen, nur ich habe halt auch so meine Grenzen, ich bin nicht dafür zuständig, den ganzen Tag zu gucken, dass es allen anderen gut geht, weil die, ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, da war hier irgendwie Halligalli im Garten und dann habe ich die Nachbarn, die über uns wohnen, am nächsten Tag getroffen und meinte, Mensch, gestern Nachmittag im Garten, die ganzen Kinder, also schon lange her, nur ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich den ganzen Nachmittag damit zu tun hatte, dieses, Mensch, zu laut, das mache ich jetzt und ich lasse sie, ach Gott, und ich war natürlich extremst mit mir beschäftigt, weil ich weiß genau, woher das kommt und dann frage ich die und sage, du, diese fröhlichen Kinder ist für mich das Schönste, was es gibt. Ja, und das ist genau der Punkt, dass man selbst denkt dann immer, es wäre für andere störend, obwohl es gerade störend ist. Weißt du doch gar nicht. Ja, ganz genau und es ist ja auch so, dass ungefähr fast jeder umgeben war schon mal von Kindern, eigene Kinder, hatte, mit Kindern arbeitet. Ja, natürlich gibt es diese wenigen Menschen, die dann ins Verurteilen kommen, nur die dürfen sich auch erst mal um sich selbst kümmern. Das heißt, häufig ist es ja so, dass da viel mehr Verständnis ist und dieses Schamgefühl, das ja oft ausgelöst wird, tatsächlich in dem Moment, die anderen Menschen, für dich ist es nicht dramatisch. Das hat viel mehr mit dir selber zu tun. Ja, mit alten Glaubenssätzen zu tun, es jedem recht machen zu müssen und wenn es eben für dich selbst so schwierig ist, hast du natürlich auch da die Möglichkeit vorzubeugen, leicht mal bei den Nachbarn zu klingeln, zu sagen, ja, wir haben hier gerade eine harte Phase, es ist gerade hier die Autonomie-Phase, es ist öfter mal ein bisschen laut. Wenn dir das hilft, kannst du das ja gerne tun. Ich habe es gemacht letztens und zwar hatte mein Sohn, es war jetzt keine starken Gefühle, nur es passt trotzdem zu dem Thema, hatte die glorreiche Idee, von seinem Skateboard die Rollen abzuschrauben und in seinem Zimmer auf dem Teppich ein paar Tricks zu üben. Tricks. Und ich hatte, es ist unweit von seinem Zimmer entfernt, meine Yogamatte ausgebreitet, abends hat er gerade die Kleine ins Bett gebracht und dachte so, ohm, Shanti, ohm, ich verbinde mich jetzt mit mir und Ruhe und dann ging das los. Was meinst du, was das für, ich habe gedacht, die Bude bricht ein und habe immer gedacht, nein, ich mache jetzt Yoga, ich bleibe bei mir, das geht doch nicht, das kann man nicht machen, das ist viel zu laut, ich bleibe bei mir, ich mache Yoga, ich verbinde. Wie kann man denn sowas machen? Es geht die Nachbarn, die Nachbarn, das ganze Hausbeben, ich mache nochmal, ich atme tief an, die Nachbarn, die Nachbarn, es war wirklich ein Wahnsinn, diese Yoga-Session, irgendwie 20 Minuten und dann war sie vorbei und dachte, ja, Kathi, genau, was war denn das gerade, statt einfach mal deinen Arsch zu heben, auf Pause zu drücken beim Yoga-Video, dann bin ich zu meinem Sohn rein und habe gesagt, du, also so wie du das hier, also erstmal habe ich geguckt, was machst du denn hier gerade? Ich wusste ja gar nicht, was ich meine. Aha, so wie du das machst, also für mich hört sich das so an, als ob hier gleich das Haus zusammenbricht, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass das die Nachbarn stört, wärst du bereit, habe ich ihn gefragt, mal kurz oben zu fragen. Er sagte, nee, Mama, habe ich keinen Bock drauf und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, es ist ja auch eigentlich mein Thema, ich gehe mal kurz hoch und dann gehe ich da hoch, und dann sage ich, ach Kathi, schön, dass du kommst, möchtest du ein Glas Wein haben? Ich so, habt ihr ja nichts gehört? Das Haus stürzt gleich ein. Was? Nee, nichts gehört. Und das Zimmer ist direkt unter ihrer Küche, und wir haben einfach nichts gehört. Das ist wirklich eine Bombengeschichte, weil ich glaube, das beruhigt gerade so viele, weil also ich bin ja auch so ein Typ, der es gerne immer jedem Recht macht, ja, deswegen, also, absolut, das ist, wenn man selbst denkt ist und das ist tatsächlich in dem Moment die anderen überhaupt nicht schlimm. Meine ganze Yoga ist in meinem Arsch. Gott sei Dank hatten die Rotwein, dann habe ich das alles ein bisschen. Oh, Janine ist da, hello, liebe Janine. Ich habe auch gesehen, Chris ist schon da, die hatte sich auch kurz geäußert, dass es bei einem selber anfängt. Und Isabel Auge und Maike. Genau. Das ist total schön. Genau. Jetzt haben wir hier noch, ah, das wurde eben auch schon öfter im Chat gefragt, ne, wenn ich es nicht mehr aushalten kann, diese starken Gefühle des Kindes, ich tröste und tröste und es dauert und dauert und ich habe einfach keine Kapazitäten mehr und es ist auch keiner da, der übernehmen kann. Tja, dann hatte ich heute übrigens heute erst der Fall. Ja, dann hat dein Kind in dem Moment, wenn du wirklich so drüber bist und gar nicht mehr kannst, ganz wenig von dir, im Gegenteil, du verstärkst in dem Moment eher noch dieses Gefühl und du darfst in dem Moment sagen, so, ich gehe jetzt kurz in die Küche, ich trinke jetzt ein Glas Wasser, ich kümmere mich ganz kurz um mich und bin dann wieder bei dir. Genau. Ja, also trau dich, diesen Schritt zu gehen, weil dein Kind sonst davon wirklich gar nichts hat, von dieser Nähe, die du ihm in dem Moment nicht mehr geben kannst. Du bist keine Maschine, du bist ein Mensch. Genau, definitiv und wenn du ein kleineres Kind hast, nimmst du es unter den Arm mit den starken Gefühlen, nimm es einfach mit zum Wasser oder einmal Fenster auf, für dich hilft vielleicht auch einmal einzuatmen. Mir hat heute geholfen, dass ich es irgendwie geschafft habe, mich in die Realität zurückzuholen, weil es war jetzt irgendwie das zehnte Mal Papa, und wirklich so auf dem Boden zerflossen in Trauer und wir hatten gerade wieder ein Hoch, weißt du? Da kommt wieder das Ziel. Und dann habe ich ganz kurz mich umgedreht, habe einmal tief eingeatmet und habe gesagt, sie macht das nicht, um dich zu ärgern. Sie bereitet sich auf diese Trennung vor und je mehr ich sie jetzt begleite, desto easier wird sie nächste Woche. Habe mich wieder umgedreht und habe gesagt, du vermisst den Papa gerade so sehr. Herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich hart. Ich meine, ich mache das ja auch nicht erst seit gestern, Leute. Also auf die Idee zu kommen, auch dieses Bewusstsein zu haben, das brauchen Momente und das fängt halt mit diesen Strategien an, ein Glas Wasser zu trinken oder zu atmen und das ist ja im Grunde genommen genau unser Online-Training Behalt die Nerven. Da sind ja all diese Strategien auch drin. Ja, und ich bin wichtig, wenn ihr einfach in diesen Mustern drin hängt. Das Zweite geht nochmal so ein bisschen tiefer, dass ihr auch hinschauen könnt. Ja, also welche alten Glaubenssätze ihr mit euch rumschleppt, die ihr da auflösen dürft, damit ihr dann auch mehr in die Empathie reinkommt. Und wenn ihr die dann aufgelöst habt, kommen die nächsten Glaubenssätze. Das geht immer weiter. Also wer will nochmal, wer hat noch nicht. Wenn du einmal die Schatzbrühe aufmachst, das hört nicht mehr auf. Ja, wobei es trotzdem immer schöner wird. Jetzt haben wir noch eins. Ich glaube, wir haben noch mehrere, nur das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir schon hatten. Also die Tochter verletzt sich und daraufhin ist sie komplett wütend, weil natürlich sie wollte nicht, dass ihr das passiert. Sie möchte schon in der Lage sein, das eben so hinzukriegen, dass sie das kann. Ich habe jetzt kein Alter von dem Kind. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Dem Kind passiert was, verletzt sich und ist erstmal stinkesauer, weil so eine Scheiße, ich wollte das alleine schaffen. Jetzt ist der Kack, hat nicht geklappt. Ich schlage sie alle, mache sie alle fertig. Und dann möchte die Mutter auf das Kind zugehen. Und kriegt es mal auf die Fresse. Ja, nee, versteckt sich. Und das hatten wir ja eben schon so ein bisschen. Wir hatten die Ohren zu halten, unter den Tisch gehen und das ist eigentlich dasselbe, was wir eben hatten. Dann möchte es erstmal gucken, alleine damit klar zu kommen. Genau, und da hilft eine Einfühlübung. Und zwar überleg dir doch bitte mal selbst, wenn bei dir richtig was schief lief, oder bei euch. Bei uns läuft nichts schief, Martina. Ich meine, bei allen, die zuschauen. Also ich kann nur von mir sprechen. Also wenn bei mir was nicht klappt, ja, also beim Sport oder schlag mich tot und ich richtig sauer bin oder wenn ich einen Teller runterwerfe und ich mich einfach ärge und der mir noch auf dem Zeh fällt oder schlag mich tot, dann kann ich das wirklich, das Letzte, was ich dann brauche, ist, mein Mann, der kommt und sagt, oh je, das ist mir weh getan. Das flippe ich einfach aus. Spreng dich um. Genau, weil ich dann selbst mit meinem Schmerz in dem Moment erstmal umgehen möchte. Mit dem Zehschmerz und so hatte ich es neulich nämlich. Herrlich. Deswegen, ich kann es so gut nachfühlen. Dieses Verstecken auch. Ja, vor allen Dingen, wenn dann auch noch so ein Kack passiert, weißt du, das ist dir ja auch vielleicht ein bisschen unangenehm und jetzt will ich erstmal von niemandem gesehen werden und lass mich in Ruhe und dieses, wenn dann jemand auf dich zukommt, dann wird es ja noch deutlicher, dass gerade was schief gelaufen ist. So ein Attrapp fühlen, so ein bisschen. Kein Problem. Ihr müsst, also nehmt mal diesen Druck raus, ihr müsst trösten. Also, was ich geil finde, ist zu sagen, okay, was ich verstanden habe, beruhigen ist irgendwie semi-geil, trösten ist eher die Richtung, die ich gehen möchte, nur ihr müsst ja nicht auf Teufel komm raus trösten. Ihr könnt nur trösten, wenn euer Kind gerade empfänglich dafür ist. Und ob es das jetzt ist, in zehn Minuten, in drei Tagen oder in einem halben Jahr, das entscheidet das Kind. Oder ob es zwischendrin tatsächlich jemand braucht, der es also kurz aus diesem starken Gefühl holt, also diese Ablenkung zwischendrin. Genau. So, was hat man hier denn? Ach so, auch natürlich kennen wir alle, auch von uns selber, wenn wir ehrlich sind. Das Kind steht morgens auf, geht schon los. Weiderlich, mein Lieber. Und es zieht sich den ganzen Tag, es kommt da nicht raus. Ja, meine Stimme. Ja, ich würde sagen, wenn ein Kind das häufiger hat, würde ich mal gucken, was könnte dahinter stecken. Und da würde ich direkt ansetzen. Und wenn ich das Bedürfnis rausfinde, was sehr unterschiedlich sein kann, dann würde ich da so voll Karacho Strategien finden, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, um dem Kind zu helfen, da rauszukommen. Also, weil wenn es, meistens wird es ja, wie gesagt, man potenziert sich das ja auch im Laufe des Tages. Es fängt mit an und hört mit auf. Und das hältst du halt auch, das ist halt so hart, das auszuhalten, zu begleiten, und es ist halt auch dein Akku leer. Absolut. Und da ist natürlich die Frage, was steht dahinter, was war vielleicht gerade, was entwickelt sich gerade bei meinem Kind weiter, welche Wachstumsschübe, die Gehirnentwicklung, alles Mögliche, es können tatsächlich Schübe sein. Und ich kenne das auch aus manchen Fällen, das will ich aber auch nicht pauschal jetzt formulieren, dass es wie so eine Art Angewohnheit geworden ist, eine Strategie. Ja, nur so zu sprechen. Also tatsächlich, anstatt eben klar zu sprechen. Und dann braucht das Kind auch diese Anlage, um zu sagen, guck mal, du kannst es auch mit der Stimme sagen. Also die Möglichkeit zu geben, es nochmal mit einer klaren und festen Stimme zu sagen. Möchte ich aber nicht. Ja, genau. Ich möchte nur so. Genau. Meine Tochter fängt jetzt an, immer so zu sprechen. Du, und dann haben wir das heute im Kindergarten, haben wir das so gemacht. Und dann ist sie erst hierhering gekommen und dann hat sie gesagt, das könnt ihr nicht machen. Oh Gott, wie gut. Nervt mich end. Nervt mich end. Und dann kommen echt so Gedanken, es ist so geil, kommen so Gedanken, und wenn die das jetzt öfter macht, kriegt die einen Sprachfehler. Und im gleichen Moment denke ich so. Oder stell dir mal vor, die macht das jetzt ihr Leben lang, da ist die später überall ausgestattet. Hast du mal, was du mir sagst, geht's jetzt gleich Abendbrot, Mami, oder was ist das, was ist das jetzt los? Und ich denke so, und dann, das ist so geil, dieser Gedanke dann, ey Martina, ich sag dir eins, wenn du Kinder hast, ich will eine Dauerschleife zu dir haben, ich möchte eine Standleitung für dich haben. Du wirst all diese Sachen erleben. Und das Geile ist, dass sofort dieser Gedanke kommt, wenn die das jetzt öfter macht, kriegt die einen Sprachfehler. Das kann die nicht machen. Wo ich denke so, was ist denn los? Entspann dich doch mal. Das ist diese Festplatte, oder was sich da abspielt. Also ich kann euch ja nur sagen, es ist, also, was? Wenn Kinder sicher noch mal die doppelte Ladung, also, was ich als Lehrerin teilweise erlebe, wenn das zu 26 Kindern gleichzeitig kommt. Frau Dr. Sotz, was machen wir denn heute? Und dann sabber schon so raus. Dann ist Pause. Dann ist Pause. Wie lange geht die Stunde noch? Noch 10 Minuten, das habe ich schon dreimal gesagt. Warte mal, hier war gerade eine Frage. Was ich dann mache, ob ich dann auch so rede? Nee, erst mal habe ich mich um mich gekümmert. Jetzt kriege ich hier wieder die Kommentare nicht weg. Was glaubt ihr denn, wo sie das her hat, die Kleine? Martinchen, Contenance, Contenance. Wir lernen am Vorbild und so. Jetzt wird es so frech. Jetzt wird es so frech. Du, da hole ich den Zauberstab meiner Tochter. Ene, Mähne. Eins, zwei, drei. Hex, Hex. Und gleich fliege ich aus dem Leib. Und dann hole ich mir noch den Zauberspiegel meiner Tochter. So, was ich dann mache ist, ich kümmere mich erst mal um mich, um diese verfickte Gedanken, wie sie kriegt, einen Sprachfehler klarzukriegen, was hier eigentlich los ist. Und dann gucke ich mir das an und dann frage ich, okay, was machst du da gerade? Was ist das? Also ich bin ja konsterniert. Und dann erklärt sie mir das, dass sie das gerade ausprobiert, weil das machen auch andere Kinder im Kindergarten. Und ich denke so, aha, da haben wir es her. Macht dir das Spaß? Ja, ist ganz schön. Na, ich sage dann, dann mach erst mal weiter. Manchmal verstehe ich dich so schwer. Dann wäre es wichtig, dass du es nochmal wiederholst. Kein Problem. Verzorg ich es dir nochmal. Das geht dann zehn Minuten und dann ist ja auch okay, mach das mal zehn Minuten. Verstehst du? Ja, das ist ja auch anstrengend für Sie. Sie will es ausprobieren. Das ist ja auch dieses Ausprobieren lassen. und alles, was eben unterbrochen wird oder unterbunden wird, ist ja nochmal viel spannender, das auch länger auszuprobieren. Okay, wie sind wir da jetzt drauf? wir leben weinerlich, weinerlich. Wir sind die Fokus, Katrin, Fokus aufs Thema. Ja, Fokus, Fokus, Fokus. Das fällt mir ja immer total leicht. Dafür habe ich ja dich, Martina. ich war heute schon die Hofzofe. Ja, ja, ich war heute. Heute war nicht Katamau, heute war Hofzofe. Ich habe halt schon so viele Wutmonster mir angeschaut, das kannst du dir nicht vorstellen. Ach, schau an, schau, guck her. Weil das ist natürlich auch so eine Sache, ich arbeite ja viel auch mit Kindern und Ach, was? Nee, also tatsächlich ja auch in der Einzelberatung und habe ja das Glück dann wirklich auch diese Gefühle von Kindern, die sie mir ja dann selbst auch erzählen, also wenn sie schon so ein bisschen älter sind, dürfen sie ja auch zu mir als auch in der Schule, in der Schulberatung und auch manche Eltern kommen mit ihren Kindern und was ich da eben sehr stark sehe, dass ihnen das hilft, es zu verbildlichen. Also wenn dann so ein starker Weinanfall da ist, zu sagen, was ist denn das? Ist das wie so ein kleines Weinmonster, das nicht mehr weggehen möchte? Oder sag doch mal, wie sieht es denn aus? Wie ist dieses Gefühl? Also den Kindern ein Bild für dieses starke Gefühl zu geben. Also so könnt ihr mit dem Gefühl danach weiterarbeiten. Und heute habe ich zum Beispiel so ein kleines Angstmonster, das einfach in dem Moment unglaublich groß wird und sich so aufbläst wie ein großer Luftballon und nicht mehr weggehen kann. Und dann haben wir eben durch dieses Angstmonster gelernt, dass dieses Angstmonster eigentlich nur beschützen möchte, dass es an die Hand genommen werden möchte, dass es umarmt werden möchte. Und dann war das so süß, weil dann das Mädchen eben meinte, ja, und dann, wenn noch die Mama kommt und das auch noch in den Arm nimmt, dann kann es schlafen und wenn das Angstmonster schläft, kann ich auch schlafen. Ah, siehste. Da haben wir es doch. Ja, und das ist tatsächlich auch dieses Annehmen der Gefühle, dem Bild geben und es in eine Gestalt packen, damit die Kinder auch damit was anfangen können. Weil so ein Gefühl ist ja auch unglaublich abstrakt. Also auch dieses Reden über Gefühle ist abstrakt und da helfen tatsächlich so schöne, klare Bilder. Definitiv, ja, finde ich voll wertvoll, Martina, mache ich in der Beratung ja auch oft, ob es jetzt die Gefühlsur ist oder sie malen Gefühle. Ich habe ja für meinen Kurs extra anfertigen lassen Gefühlswolken, die die Kinder ausschneiden und ausmalen können, dass die Kinder den Gefühlen verschiedene Farben geben können und wo sie das dann spüren und so weiter und so weiter. Genau, also sehr, sehr wertvoll. Und jetzt haben wir noch eine Sache, dieses aufgesetzte Wein, wobei das ja schon eine Bewertung ist, nur es war in den Fragen aufgesetztes Weinen ohne Tränen. Also es kommen gar keine Tränen mehr, sondern es ist eigentlich nur noch so meh, meh, meh. Ja, was, dein Kind möchte dir damit was sagen, würde ich jetzt mal frei aus dem Bauhaus sagen. Es braucht etwas, deine Nähe, deine Aufmerksamkeit. Vielleicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nur es ist ja kein Drama eigentlich. Also was ist schlimm am Wein ohne Tränen? Mal dahingestellt, ob das aufgesetzt ist. Das empfindest du vielleicht so. Ich glaube, von außen betrachtet für dein Kind ist das nicht aufgesetzt, sondern es ist der Versuch, dir etwas mitzuteilen. Also guck, geht mal da raus, eure Kinder, auch so dieses Memme oder Dramaqueen, so deine Hysterie und so. Geht mal aus diesen Bewertungen raus. Eure Kinder haben Gefühle in gewissem Ausmaß eben, das kann sehr unterschiedlich sein und das ist unsere Aufgabe, die zu begleiten. Und das fällt natürlich einfacher, je mehr du die Bewertung rausnimmst. Ja. Und diese Strategien sind am Anfang eben manchmal so, dass du wirklich fast zu viel kriegst und diese Strategien sind nicht von Anfang an gesellschaftskonform. Ja? Nee. Und dafür bist du eben da, deinem Kind immer wieder auch zu zeigen, wie es anders geht. Vor allem allerdings durch das Vorleben. Und da sind wir auch nochmal an einem wichtigen Punkt. Wie soll denn dein Kind wirklich gesunde Strategien lernen, auch mit Weinen oder mit Tränen umzugehen, wenn du zum Beispiel auch gar nie weinst und dein Kind nicht sieht, wie gehst du mit Weinen um? Ja? Oder auch nicht sieht, wie gehst du mit Wut um? Also auch wenn du traurig bist, ist es in Ordnung, wenn du eben weinst und sagst, ich bin gerade traurig und das Weinen hilft mir. Ja? Und wenn du eben dann lange weinst, auch zu sagen, so jetzt trinke ich ein Glas Wasser, damit es mir einfach besser geht, damit ich mich leichter fühle. Und so ist es auch bei der Wut, ja? Auch zu sagen, ich bin jetzt sauer und ich gehe jetzt bis fünf Minuten raus und gehe joggen. Ja? Ja. Und so kümmert sich der Papa oder wie auch immer. Ja? Also meine Kinder wissen das ganz genau, was es so für Strategien gibt im Leben ihrer Mutter und manchmal kommt dann so der Satz von meinem Sohn, Mami, wirkst du irgendwie ein bisschen genervt? Willst du ein bisschen aufräumen? Okay. Das ist halt herrlich. Ja, weil ich tatsächlich ist das eine, also das kriegen die Kinder auch mit, dass ich, es gibt Tage, da brauche ich das, gerade so zyklisch, ich weiß genau, welche Phase das ist. Da hilft mir das, um mich runterzufahren. Ich räume allerdings auch alleine auf, ich teile den Kindern nur mit, was ich gerade mache, dass ich mein Bedürfnis nach Ordnung gerade befriedige, indem ich aufräume, ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen, ihr müsst nicht. Und mal machen sie mit und mal nicht und es wird dann eben, dann kommt mein Sohn, und sagt, Mami, bist du gerade ein bisschen genervt? Weißt du, wie es in der Schule bei mir ist, weil sie auch wissen, dass immer, wenn ich irgendwie mal einen schlechten Tag habe, wissen sie, dass wir öfter rausgehen. Und bei mir ist es allerdings so umgeschwenkt, dass es dann heißt, haben sie heute einen Schlechtag, sind sie heute wütend, gehen wir heute raus. Oh Gott. Da hat sich das schon umgekehrt, also da war ich schon zu viel Vorbild, nur tatsächlich, das merken sie relativ schnell, diese Strategien, wenn man sie verbalisiert. Und gestern hat mein Sohn mich begrüßt, wir haben uns vom Zahnarzt vor der Praxis getroffen und ich habe das gestern kurz in der Story auch geteilt, es war gestern Sonne und auch warm, gebe ich zu, nur wenn ich morgens um neun zum Büro fahre, ist es ja noch arschkalt und ich bin die Fraktion, ich habe lieber zu viel an als zu wenig und ich laufe dann halt eben in Sonne mit einer Winterjacke rum und einem Winterpulli. Und dann komme ich eben dahin zu meinem Sohn und er sagt zur Begrüßung, na Mami, bei dir mal wieder der Winter ausgebrochen und dann sage ich, ah, du freust dich mich zu sehen, ich freue mich auch so dich zu sehen. Ja stimmt Mami, genau das wollte ich sagen. Einfach mal das, was er gesagt hat, einfach mal übersetzt, versucht zu übersetzen. Gut ihr Lieben, ich denke wir haben schon einiges mitgegeben. Denke ich auch, ja. Ja, jetzt ist es halb, wollen wir uns noch ein kleines Gläschen holen? Oder? Hast du eine Erfahrbredung mit deinem Mann? Nee, heute nicht. Ja, können wir machen. Wer ist denn noch dabei? Na, 444 Menschen. Okay, wir sind gleich wieder da. Gut, Moment. Ich weiß gar nicht, ob wir was haben. Ich gucke erst mal. Könnt euch auch gern was holen. Ach, guck mal, hier habe ich noch was. Ist ja wunderbar. Also ich hole jetzt den Sekt. Eine Art Cremant. Ein kleines Gläschen können wir doch zusammen trinken. Jetzt, wo wir das Fachliche hinter uns haben, sind immer noch einige da. Guck mal, Jane trinkt auch noch. Ich hoffe, das ist jetzt noch gut. Sprudelt der noch genug? Probier mal. Ja, geht so gerade noch. Ich glaube, den habe ich vor einer Woche aufgemacht. Schon so lange nicht mehr. Stimmt, Janine, du darfst nicht trinken. I know, I know. Prost, Prost. Wir warten noch auf Martinchen. Och, der Aperol ist schon leer. die üblichen Verdächtigen. Natürlich, Jane. Bisschen gemütlich darf es ja auch sein. Ich trinke für dich mit, Janine. Kein Problem. Mensch, Martina. Das dauert ja ewig. Oh, irgendwer ist gerade auf der A9 unterwegs. Ja, Niki kriegt eine Flasche Kindersekt. Irina darf auch nicht. Mensch, trinken alle für euch mit. Also, wir sind jetzt eher vom Praxisteil übergeschwenkt in den Feierabendmodus. Ihr wart unser letzter Termin heute, wobei wir bestimmt gleich noch ein paar Sachen von uns geben. Können es ja nicht lassen. Pauline, für dich auch. Martinas Küche ist viel weiter weg. Sie ist ja da in ihrem Arbeitszimmer. Ich sitze in der Küche. Martina, hast du eine Weltreise gemacht oder was? Nee, der Soda-Stream hat so lange gedauert. Soda-Stream? Was trinkst du denn? Campari-Soda. Ach, guck mal. Oh, Martina hat viel Soda drin. Martina hat heute noch was vor. So ein kleines Gläschen hier bei mir ja und du willst den Hunger raus. Ich hau mich weg. Mit dir muss ich sonst gleich wieder aufstehen. Ich kenn dich doch. Kati muss man, wenn man mit ihr trinkt, vorsorgen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die schreiben gerade, sie brauchen, die Kartianer brauchen mehr Martina. Leute, dann geht ihr auf YouTube, da gibt ihr einen bei der Suche Konfliktengel und da gibt es ganz viel Martina und Kati. Da gibt es auch, also es gibt ja mittlerweile sehr viele Videos. Es gibt auch Videos, Martina, wo ich hinterm Sofa stampfend den Wutausbruch eines Kindes habe. Das ist übrigens mit mein allerliebstes Video. Das ist einfach, also Leute, falls ihr die Konfliktengel noch nicht abonniert habt bei YouTube, dann bitte nach diesem Video, weil Kati ja so einen unglaublichen Auftritt hat. Weil da ist einfach eine Schauspielerin verloren gegangen. Ehrlich? Ich weiß noch, wie ich Tränen gelacht habe wirklich noch eine halbe Stunde danach. Da ist sie wirklich aufgestanden, hat vorgemacht, wie sie mit ihrer Tochter, also das war, also hat mich wirklich an so einen Affen erinnert und früher, weißt du, so einen Orang-Utan. Mein Gott. Welches Video ist das? Das war der Adventskalender 2020. Das war ein Adventskalender zum Thema Wut, ne? Ja. Achso, die kennen das alle schon, die wollen noch mehr. Ja, es kommt ja. Wir haben sogar für die Konfliktengel einen Plan, dass es demnächst mehr Videos gibt. Stimmt doch, Martina, haben wir letzte Woche besprochen, ne? Und es gibt ja demnächst auch noch was Neues von uns. Das sowieso. Was Neues gibt es immer. Wir arbeiten seit gefühlt Jahren daran. Es sind Monate jetzt und es ist eher was für euch und eure Kinder, sagen wir es mal so, oder? Würde ich auch sagen. Wird was sehr schweres. Können wir darüber eigentlich noch nicht sprechen? Weiß ich nicht. Das habe ich mich gerade doch, warum denn nicht? Okay, Leute, wenn ihr eh schon was sagt. dann zauber ich jetzt. Okay, wartet, wartet. Moment. Martina, Ene, Mene, eins, zwei, drei, plaudere heraus, was die Konfliktengel im Sack haben. Hex, hex. Okay, wisst ihr was? Wir machen ein Ratespiel draus. Okay, machen ein Ratespiel. Ich habe schon gesagt, das ist für euch und für eure Kinder. Ja, genau. Für euch, vor allem für euch. Ich meine, hoffentlich nimmt euch das so ein bisschen was ab. Am Ende schon, ja. Genau, ratet doch mal. Ratet doch mal, was es sein könnte. Hex, hex, schreibt. Hex, hex, schreibt. Ratet mal, was es sein könnte. Jetzt bin ich echt gespannt. Retreat? Retreat, nee. Nein. Kinderbuch. Das gibt es nicht. Ja. Also wir haben tatsächlich das Kinderbuch auch schon fertig. Wie lange schreiben wir das jetzt schon? Es fühlt sich an wie Jahre, Martina. Seit November. Ja. Es ist immer hin und her. 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 Gott, es wird so unglaublich. Dann kommst du Handy. Martina, Martina, gerade bei der Einschlafbegleitung, ich hatte eine mega Idee. Notier mal bitte ganz kurz Postkarten. Postkarten, verstehst du? Später dann mehr dazu. Ich kann gerade nicht. Genau, es geht auf jeden Fall um Tiere. Ja, und das Lustige, darf ich das kurz von Franz erzählen? Total gerne. Auf jeden Fall hat ein Tier einen Sprachfehler, aber einen sehr süßen Sprachfehler. Und oh Gott, jedes Mal, wenn wir es uns selber durchlesen, lachen wir auf den Schlaf. Ich mach vor. Ich kann mal durch die Rande, von wem die Idee kam. Natürlich nicht von mir, ja. Es kamen andere, sehr viele tolle Ideen von dir. Also, das Tier spricht so, ich brauche Konzentration, wenn du es liest, fällt es natürlich leichter. ähm, 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 das, was du gemacht hast, ist nicht okay. Was machen wir jetzt? Jetzt. Oh Gott, das ist so nützlich, ja. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Tiere lernen, sich auf diesem Weg ganz, ganz viel Empathie zu geben, dass Kinder anhand der Tiere lernen, sich gegenseitig Empathie zu geben. Es geht um Bedürfnisse, Bedürfnisse, Bedürfnisse. Bedürfnisse, ja. Ich bin die Bedürfnispolizei in dem Buch. Nein, da brauchen wir noch ein Bedürfnis, da haben wir noch keins. Welches könnte denn zu der Geschichte passen? Genau. Und ich denke mir dann so, okay, und da bricht ein Schreizfluss an der Stelle zwar schon wieder. Ja, die können wir das nochmal anders schreiben. Nein, nein, nein. Wir sind ja auch beide sehr gewaltfrei in der Kommunikation, nur wenn man zusammen ein Buch schreibt, könnte ich das ja vorstellen. Entschuldige mal bitte, Martina. Wir sind gewaltfrei in der Kommunikation, das hast du gerade nett versucht zu verkaufen, wenn die Leute unseren Chat sehen würden, wenn wir am Kinderbuch arbeiten. Es ist ja alles gewaltfrei Kommunikation, ist immer die Frage, was du daraus machst. Es ist auf jeden Fall mit sehr viel Humor gesalzen. Ja, auf jeden Fall. Es sind viele, viele Lacher drin. Die Schnäpfe, das Buch wird geil. Das wird so geil. Vor allem, dass das Ding ist, wir haben das ja jetzt sozusagen inhaltlich steht das und die Vorstellung, dass das wirklich noch illustriert wird und dass wir das dann wirklich rausbringen, Kathi, das ist ja für mich noch so meilt, meilt weg, verstehst du das? Habe ich gedacht, mache ich in meinem nächsten Leben, aber... Wir haben ja nur morgen einen Call mit demjenigen, der wird uns wahrscheinlich ganz schön den Arsch rasieren und dann wirst du schon sehen, dass das übermorgen rauskommt. Liefern. Ihr freut euch alle so, seid lieblich. Ja, und es ist halt ein Buch für euch und die Kinder, weil es eben euch auch ganz viel an die Hand gibt und auch noch extra Impulse für euch dabei sind und es ist ein recht großes Buch geworden, würde ich jetzt schon dann sagen. Wissen wir noch nicht, wer zeichnet. Ne, wir wollen jemanden, der so schön zeichnet. Ja, das soll so richtig... Ja. Ich bin gespannt, ob du und ich dann da einen Mittelweg finden. Weil was du für schön, wenn ich das schon sehe, schön zeichnet. Es muss knallen, es muss bumsen. Verstehst du? Diese Frau, Leute, echt. Ihr seht, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Geduld, der Spaß. Hauptsache Einhörner, überall Einhörner. Definitiv. Einen Einhörner wird es in dem Buch nicht geben. Schade eigentlich. Warum eigentlich nicht? Martina, wir schreiben das Buch um. Hier ist ja immer, also, dass Kati dann die Idee hat und schreibt, Martina, wir brauchen übrigens noch das. Und dann, okay. Pack das dann nochmal rein. Pack das jetzt noch mit rein und ich denke mir jedes Mal so, oh Gott, bitte nicht, nee, bitte nicht, nicht schon wieder was verändern. Also, es dauert jedes Mal wieder eine halbe Stunde, das zu verändern kann oder eine Stunde. das wird halt immer geiler. Und, ähm, jetzt kommen gerade ein paar Sachen rein, wegen Illustrationen und so. Also, wenn ihr jemanden wisst oder selber, schreibt uns gerne eine Mail an hallo.at.konfliktengel.de, schreibt uns gerne jemanden, den ihr empfehlen möchtet oder euch selber und das gucken wir uns alles total gerne an, weil darüber haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht mit demjenigen gesprochen. Ha, da schreibt jemand nicht schön, äh, schön, bitte nicht knallt. Haha, wer ist das? Ja, ja. Mit dem würde ich mich gerne anfreunden. Nee, nee, ich bin deine Freundin. Ich bin deine Freundin. Ah, Leute. Außerdem, außerdem, wer meine Geschichten aus meinem Kurs kennt, meine Kindergeschichten, der weiß, ich sage das doch nur so, das meine ich doch damit, Mensch, ich habe doch keine Ahnung. Nein, eigentlich haben wir da auch einen ganz ähnlichen Geschmack. Eigentlich schon. Ich brauche halt nur immer so ein bisschen, einmal kurz aufmucken. Ja. Und dann ein bisschen Empathie, ein bisschen trösten und dann ist die Kati auch wieder dabei. Das ist, äh, mhm, ganz so wurscht. Mhm, mhm. Das wird eine Übersprungshandlung, wenn sie so wird. Naja, dann macht man die, mhm, so ein Tick. Mhm. Ja, klar, kriegen wir alles hin. Ja, dann sprechen wir nochmal drüber, ja? Ich bringe sie gleich um. Ja, ich finde es mega. Wir stoßen da kurz drauf an. Wir haben euch jetzt gerade echt davon erzählt. Das ist einfach so. Haben wir, ne? Wir wollten das eigentlich gar nicht. Nee, wollten wir gar nicht. Genau, ich werde ausgelassen, weil ich ein Glas habe, sie hat die ganze Flasche. Guck mal, wir, wir, wir haben, was haben wir gesagt? Das war nicht geplant, steht nicht auf meinem Zettel. Nee, das war wirklich nicht geplant, also das war jetzt, freundlich total. Genau, wann kommt es eigentlich raus? Ja, das wissen, du behauptest im Sommer, ich behaupte im Herbst. Ich glaube, wir klären das morgen in dem Telefonat nochmal. Ja. Also Sommer auf gar keinen Fall schaffen wir doch gar nicht. Es ist doch quasi schon Sommer, nur draußen merkst du es halt nicht. Ja. So. Ja, so, auf das Kinderbuch, auf das, dass ihr euch alle so freut. Ja, mega. Ja. Mein Schatz, auf uns. Auf uns, auf das Kinderbuch, auf Franz mit dem Sprachfehler. Ja, definitiv. Pruft, pruft. Und es gibt in dem Kinderbuch natürlich auch ein Tier, dass Künstlerin darin ist, Künstler, Künstlerin darin ist, Empathie zu geben. Verständlich. Ja. Darum geht es ja. Ja. Empathie. Und wir nennen das übrigens nicht Sprachfehler in dem Buch, schon klar, ne? Ja. Nee. Nur, wir wollen jetzt noch nicht alles. Es fällt uns sehr schwer, übrigens. Wie man merkt. Kannst du mir mal ganz kurz die Story zu deinem Zauberstab da noch? Ja, gerne. Also, das ist der Zauberstab, meiner Tochter. Der ist aus einer Zeitschrift. Das ist halt diese Zeitschrift, die die Welt nicht braucht. Weißt du, wo immer so ein Kind ist? Die dein Kind aber jedes Mal gerne haben möchte. Ja, nur, ähm, ich meistens, äh, nein sage, aus bestimmten Gründen. Und manchmal, ähm, also es kommt immer drauf an, wie so gerade der Bestand ist. Ähm, das weiß ich nicht wo. Das war wahrscheinlich von einer Zugreise. Bei Zugreisen gibt's bei uns immer was, nur ist auch schon lange her. Genau. Und der Zauberstab war da drin. Und mein Mann geht, äh, gerne mit ihr bei Rossmann einkaufen. Und jedes Mal, wenn die bei Rossmann einkaufen waren, gibt's, gab's, irgendwie kann sie sich immer was aussuchen. Und unter anderem dann eben dieser Zauberspiegel, diverse Haargummis, Haarspangen. Es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Äh, das ist die Rossmann, äh, Rossmannie. Die Rossmannie. Die klassische Rossmannie. Ich nenne das die klassische Rossmannie. Ähm, ja, du, ne, kann ich, kann ich lassen. Ich kann loslassen. Behaupte ich zu können. Wie Kati sagt, nein, ich kann nicht. Wenn du tatsächlich, ähm, bei der Rossmannie dann, die würde bei dir nicht ausbrechen. Nein, Rossmannie gibt's bei mir nicht. Nein. Bei, ich bereite das vorher vor und ich sage, warum wir da hingehen, was wir vorhaben und genau deswegen gehen wir da hin. So und, äh, weil, weil ich einfach, wir haben einfach genug Zeug und wenn ich, wenn ich sage, okay, heute machen wir was, gönnen wir uns was, dann sage ich, okay, dann, äh, dann darf sie sich natürlich auch was aussuchen. Ich gehe nicht bei jedem Einkauf, kann sie sich immer was aussuchen. Ich ja auch nicht. Meistens nicht. Mach ich hier auch nicht, ja. Meistens nicht, doch immer eigentlich. Du als die große Shopping-Queen. Ich denke nochmal drüber nach. hm, hm. Shopping-Queen ist ja auch schon lange nicht mehr. Weißt du noch, in Berlin-Beckati sollte eigentlich, während sie ihren Kurs hatte mit den Teilern, das Kinderbuch schreiben? Nein, den Online-Kurs vorbereiten. Das Online-Training für uns vorbereiten. Ja. Einen großen Teil davon oder ein Teil davon und dann, ähm, bin ich schon im Laden vorbeigekommen, da bin ich rein und da bin ich so schnell nicht wieder rausgekommen. Ne, und ich komme von einem Seminar, ich habe einen ganzen Tag ein Seminar gegeben und dachte, sie legt mir her das richtig abgefuckt, geilste Konzept hin. Das, was sie mir zeigt, ist irgendwie zehn Outfits, die sie kombinieren kann. Ich habe gerne bei zugesehen, wie sie hier, äh, hier war das. Genau da hast du gestanden. Ja, da habe ich mal nicht so perfekt. Ach, doch sehr. Es war ein sehr schöner Abend und das Online-Training gibt es ja. Also insofern wird ja schon noch irgendwas stattgefunden haben. Und danach hat es dann irgendwann doch noch geklappt, ja. In den neuen Klamotten. Ja, inspiriert durch das Shopping. Ja. Ach, das waren noch Zeiten, als wir noch shoppen konnten. Ja, das war noch Zeit. Ah, lass uns nicht drüber reden. Ich habe auch inzwischen, habe ich wirklich so ein, ja, so eine Absprache mit Freunden am Telefon oder wie auch immer, dass wir darüber nicht mehr reden. Mit mir nicht, weil wir nicht drüber reden. Ja, wir reden einfach eh nicht drüber. Und es gibt so, doch irgendwie ein paar von Ihnen, die halt dann davon anfangen. Und dann, oder auch meine Familie zum Beispiel, sehr gerne das Thema. Ja. Immer wieder aufgreifen. Ja, Donner schreibt gerade, ich merke, wie ich die Verbindung zu Freundinnen vermisse. Wir wollen das Thema ja eigentlich gar nicht aufgreifen, nur es vielleicht auch nicht aufgreifen. Das ist ein wichtiges Thema. Total, also geht mir auch hart an die, an die Ganaschen. Ja. Was das für eine Wand hinter mir ist, Leute, das kann ich euch sagen. Das ist ein Kunstwerk meines Mannes. Stille. Dieses, dieses Bild Liebe. Oh, warte mal. Ich mache das so. Das, und mein Mann hat übrigens, eine Ausstellung, ah, den kann ich mal kurz zeigen hier. Das ist die Einladungskarte, dass ich die auch korrekt halte. Oh, der hat so schöne Sachen. Wahnsinn. Und die baut er nächste Woche auf. Und das ist in Lemgo. Könnt ihr mal bei Instagram, Mike Stamer mit EI geschrieben. Mike Stamer. Und die geht vom 9.5. bis 27.6. und ist im Kunstverein Lemgo. Ja, wir hoffen, dass überhaupt ein Mensch, die vielleicht sehen kann, die Ausstellung. Es wird auf jeden Fall vom Kunstverein Lemgo ein Video mit ihm und eine Führung geben. Kannst du dir auf der Webseite dann angucken. Ah, Martina, ne? Machst du, natürlich. Ich auch. Ich bin auch nicht dabei. Wir wollten eigentlich zur Eröffnung natürlich alle hinfahren. Das wird natürlich nichts. Ja, oh, Sofiechen sitzt in Detmold. Ja, Sofiechen. Ich grüß ganz lieb zurück. Meine Heimat. In Detmold habe ich Ballett gemacht. Da war meine Jugendfreundin. Ja, weil Lemgo ist quasi bei Detmold. Also es ist so. Das ist meine Heimat. Genau. Ja, stellt in meiner Heimat aus. Wer hätte das gedacht? Ich habe nichts damit zu tun. Ach, guck mal, Donna sitzt in Lemgo. Das liebe ich einfach so sehr. Es gibt immer irgendwo einen Ort, wo sich das Ganze wieder wiederfindet. aber jetzt mal ernsthaft, Donna, wenn du Lemgo bist, hier, Lemgoer Kunstverein, Eichenmüllerhaus, gehst du hin, ne? Eichenmüllerhaus. Kannst du mal schön hier auf, äh, kannst du mal schön hier, hier, schreib gerade, Jenny, ich feiere ja meine Community, das ist ja sowieso der Knaller. Wir hatten, jetzt kriege ich dich hier wieder nicht weg, so, ähm, wir hatten letzte Woche Montag, äh, das vorletzte Live vom Kurs und haben dann nachher so gebrainstormt. Ich habe das einfach, das ist einfach der Wahnsinn. Und, äh, und dann schreibt jetzt gerade eine, ja, und Bilder von Mike auf dem Festival, dann auf dem GFG, mit gerade die Festin, also was, was wir alles hatten. Wir waren am Lagerfeuer, in, in Barbie, Campern, ähm, im Sandstrand, äh, so. Ich habe in Bad Salzuflen. Was ist mit, äh, mit Janine? Was ist in Bad Salzuflen? Ach, guck mal, Janine hatte in Bad Salzuflen jahrelangen Brieffreund. Gibt es denn sowas? Brieffreund? Boah, ob man sieht so, schaut mal, das wäre doch jetzt eigentlich die Zeit, wie wir Brieffreundschaften wieder aufbüden lassen können. Ich sag dir, was ich mache, Martina. Ich sag dir auch, was ich mache. Na, was, ja, was machst denn du? Ich sag dir, was ich mache und du sagst mir, was du machst. Wir sagen uns gegenseitig. Auf jeden Fall. Wer fängt an? Wer fängt an? Wer fängt an? Warte, wer, wer steht immer zuerst? Ich. Deswegen darfst du heute anfangen. Das nenne ich mal freiwillige Kooperation. Schau dir das an. Hab ich geheckt. Also ich würde jetzt, jetzt nehme ich mir den Raum. Martina, traust du dich das? Ja. Ja, ich hatte draus. Ich habe auf jeden Fall meinen Kindern in der Schule das jetzt wieder angeboten oder mögliche sind die Brieffreundschaften und hatte das in meiner letzten Klasse mit dem Waisenhaus und diese Brieffreundschaften aufleben lassen eben wieder und es gibt wirklich noch Brieffreundschaften, die immer noch bestehen. Also wie wirklich Kinder aus meiner Klasse, Kinder aus dem Waisenhaus Briefe geschrieben haben und das ist für mich so eine rührende Geschichte gewesen und grundsätzlich, also Brieffreundschaften, was das eigentlich bedeutet, wie viel da drin steckt, diese Achtsamkeit im Schreiben, das Briefpapier, also all diese Dinge, die ja auch durch die Digitalisierung wegfallen. Total. Zum Beispiel auch einen Füller in die Hand zu nehmen. Hat auch was mit Berührung zu tun, spüren, berühren. Es gibt so einen tollen Philosoph, der über Berührung spricht, der heißt Schmidt, ich kenne seinen Vornamen leider gerade nicht. Link, wir brauchen Link. Ich brauche einen Link, Martina. Ich habe ein Buch. Foto vom Buch. Auf jeden Fall sagt er eben, Berührung ist eben so viel, aber am allermeisten eben Berührung, dieses körperliche, diese geistige Berührung. Ja, wirklich. Super wertvoll. Ich werde euch zusammenbringen, ihn und ich. Bitte. Uns und ihn. Sonst gibt es doch nur zusammen, Schätzchen. Das stimmt. Du, übrigens heute, heute hatte ich einen Call, wenn ich dir morgen, wir haben ja morgen einen Call, wir, morgen einen Call, habe ich eine gute Nachricht für uns. Ich habe einen Fisch an Land gezogen, sage ich dir. Das wird nicht das letzte Buch gewesen sein, kann ich dir nur sagen. Oh, dazu kann ich dir auch noch was erzählen. Auf jeden Fall mache ich das so mit meiner, na, nicht und Neffen und mit meinem Patenkind, Patentochter. Die kriegen, naja, geplant ist einmal im Monat, meistens so alle zwei Monate. Ich kaufe immer so einen Stapel an Postkarten, die ich raussuche und dann schreibe ich an alle drei eine Postkarte. Und sogar meinem Patenkind habe ich zur Taufe dann eine Box geschenkt für diese Postkarten. Und ich weiß von meiner Freundin, dass meine Patentochter diese Box gerne nimmt und da so drin rumwühlt, die sich die Bilder anguckt, die weiß teilweise auswendig, was auf den Karten steht. Ich mache halt immer so ein bisschen Text bezogen auf das Bild vorne. Also ich mache mir schon so ein paar Gedanken. Genau, die drei kriegen regelmäßig Post von mir und manchmal ja auch Freundinnen, nicht wahr, Martina? Ja, das ist sehr schön. Och, Frieda ist ja da, die Mama von der kleinen Mine. Friedchen, ja, Madu, heiße Sturte, bist am Start, oder was? Yes, Frieda, die du ja leider nicht kennengelernt hast auf meinem 40. Geburtstag, weil Frieda nicht kommen konnte wegen Verdachtfall auf Corona. Kannst du dich erinnern? Oh, ich weiß noch, war sie nicht sogar dann über Telefon kurz da? Ja, ja, genau. Sie wurde per Telefon in meiner Rede dazugeschaltet, wo ich ja schon ein Sitzen hatte. Ja, das war mega, diese Rede, die war der Knall. Ja, ich werde mich ja nicht erinnern. Nun, also Frieda ist auf jeden Fall heute Abend auch am Start und das ist die Mama. Ach, liegt im Bett leider ohne Wein, Frieda, das sieht dir gar nicht ähnlich, weil Frieda und ich früher, muss wissen, Mathilda, musst du nicht, ich lade dich herzlich dazu ein. Musst du wissen. Musst du wissen. Frieda und ich sind Reitfolle. Wenn sie Alkohol trinken, dann kommt sie so in dieses, was denn? Diese Fahrlässigkeit rein. Ach, Quatsch. Das liebe ich ja so. Oh Gott, ich weiß nicht, ich habe mich damals ganz gut, dass ich jetzt nicht kurz unterfrage, ich weiß nicht, ob Maike noch da ist, jedenfalls habe ich ja Maike auch persönlich in Hamburg getroffen und das war ein mega Morgen, wir waren frühstümend und dann waren wir eben unterwegs und es wird mir alles gezeigt, weil ich keine Ahnung hatte, damals als ich mich bei Eltern leben, als ich das vorstellte. Ich weiß, ich weiß genau, welcher Tag das war, ja. Genau, und dann ging es irgendwie darum, dass du einen Podcast gemacht hast und dann ging es darum, eben auch bestimmte Wörter zu verzichten, so wie ja auch unser Buch von den Konfliktengeln ist und dann hast du halt im zweitnächsten Satz irgendeinen Satz mit Müssen gesagt. Das haben wir damals so gefeiert, weil es ja eben nicht darum geht, immer perfekt das auszusprechen, sondern um diese Haltung dabei, ja. Genau. Ja, und Humor ist auch so wichtig, Leute. Also wenn ihr, Martina und mir, das ist wirklich harmlos, also das sind jetzt hier noch Babyschuhe. Martina und ich reißen, wir müssen uns gerade sehr am Riemen reißen, weil wir das auch wollen. Nur wenn ihr uns mal aus dem Nähkästchen, ich sage euch eins, da geht's ab, du Schmitzkatze. Das darf auch sein. So ist es. Auf jeden Fall wollte ich doch noch meinen Satz zu Ende bringen. Ja, wo ist er denn? Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, das ist doch meine Aufgabe, dich zu unterbrechen. Deswegen, ich habe mir auch gerade gedacht. Wo ist denn der Satz? Es ging, glaube ich, um dein Patenkind, um Frieda und... Ich wollte erzählen, dass Frieda eben meine Reitfreundin ist, während... Also Frieda hat mehr studiert als ich, ich habe nur so getan. Und wir hatten unsere Pferde im selben Reitstall stehen und sind dann auch zusammen Turniere geritten und wir haben sehr gerne zusammengesessen und uns verköstigt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es gibt übrigens auch eine... Es gibt zwei Podcast-Folgen mit Frieda übrigens. Uns verköstigt. Uns verköstigt. Nein, also ich meine jetzt Getränke und Essen. Verstehst du? Ja. Und es gibt auch zwei Podcast-Folgen mit Frieda sogar. Zu welchem Thema nochmal, Frieda? Ich habe es gerade vergessen. Lügen. Lügen war es. Wie ich damit umgehe, wenn mein Kind lügt. Ja, auch ein Herzensthema von mir, wie alle Themen, die wir machen. Das ist alles so wichtig. Seht ihr? Mein Mann hat sich noch gar nicht beschwert. Der ist nämlich im Atelier und guckt ab und an meistens rein, um zu gucken, ob ich noch live bin, ob er nach Hause kommen kann. Er könnte ja jederzeit trotzdem kommen, aber möchte nicht. Ach so, er schaut in dem live rein. Immer mal so rein, ob ich noch live bin. Mir fällt immer wieder auf, wie schlau der ist. Der ist extrem schlau. Da machst du dir nichts vor, du. Ja, das weiß ich, ja. Da kommst du nicht an. Da können wir noch viel lernen. Ja. Das Schlimme ist, er weiß, was passiert, wenn ich erst mal mit Freundinnen rede. Der hat jetzt große Sorge, dass wir hier um 23 Uhr noch sitzen. Das würden wir nie machen. Nein, nie. Nie. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Du, meine Flasche ist auch gleich leer. Ich trinke jetzt noch die letzten Tropfen. Dein Hunken ist noch voll, ne? Nee, nee. Nee, nee? Auf mich ist Verlass. Oh, ist doch noch einiges drin. Okay. Auf dich ist Verlass, was das angeht. Also, wie stellst du mich denn jetzt dar? Prost. Guck mal, war noch ganz schön viel drin in der Flasche. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob die Leute, die zuschauen, auch was trinken. Ja, teilweise schon. Viele dürfen nicht, weil stillen oder schwanger. Ich weiß. Janine nicht, weil sie operiert wurde. Das weiß ich. Oh nein, Janine, was ist los? Meine engsten Leute. Alles gut verlaufen bei Janine. Alles gut verlaufen und ist auch schon wieder zu Hause. Sehr gut. Guck mal, wie ich mit meinen Leuten teilweise in Kontakt bin, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, hier Rotwein, Rotwein. Ernsthaft? Also, Rotwein kannst du mich jetzt mitjagen. Bei mir ist jetzt Sommer. Ich kann die Kommentare nicht mitlegen. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, warum. Ich kann den letzten Kommentar nicht mitlegen. Oh, wie cool. Janine schreibt, wir könnten Martina mal zur Übungsgruppe einladen. Eigentlich Special Guest. Das ist doch eine mega Idee. Okay. Also, wann braucht ihr mich? Ich habe Zeit. Du willst ja Kohle dafür haben. Du musst ja erstmal gucken, wie ich das mache. Natürlich will ich keine Kohle dafür haben. Wenn ich währenddessen die ganze Zeit trinken darf, ist alles gar kein Problem. Ja, dann kommst du um halb zehn dazu. Da trinken wir immer zusammen in der Übungsgruppe. Übungsgruppe. Weißt du was? Ich werde einfach dabei sein und immer so alle 20 Minuten irgendwas reinschreiben. Das habe ich gerne. Die Übungsgruppe ist übrigens nur exklusiv für meine Kursteilnehmenden, falls jetzt hier Fragen aufkommen. Übrigens, das könnte ich noch loswerden. Jetzt, wo mehr als die Hälfte weg ist, macht es auch Sinn, dass ich das jetzt mitteile. Jetzt kommt es. Setz dich auf jeden Fall unverbindlich auf die Warteliste von meinem Online-Kurs, der nämlich ganz bald wieder losgeht. Dann sicherst du dir einen exklusiven Wartelisten-Rabatt. Und dann kommst du auch in diese Übungsgruppe, in der ich reinkommen werde. Das ist sowieso der Knaller. Nur deswegen kommen die Leute jetzt auf die Warteliste. Martina, was willst du haben? Was das Verkaufen angeht, bin ich, Kathi, um einiges voraus nicht. Mit Sicherheit nicht. Nur Martina ist ja bei mir in der Schulung. Genau. Ich habe eine Schulung besucht, die mache ich geringmäßig, aber sie bringt bei mir leider nichts. Das stimmt nicht. Selbstvernehmung und Fremdvernehmung. Genau, Janine schreibt, du kommst einfach zum Plaudern dazu. Ich mache das immer so in der Übungsgruppe. Wir machen anderthalb Stunden harten Content. Und dann, so wie heute, holen wir uns was zu trinken. Und da sehen wir uns ja auch alle. Also da sind alle zu sehen. Mega. Mega cool. Was für ein Vorschlag, wirklich. Ja. Hast ja sonst nichts zu tun, ne? Naja, das ist ja was, was mich erheitert. Verstehst du? Mhm. Ja, erheitert. Ja, dieses Mhm kannst du auch schon recht gut jetzt, gell? Du, auch ich lerne. Das hat sie von mir gelernt. Und auch ich lerne. Mhm. Mhm. Was waren Sie hier? Wer trinkt denn jetzt mit uns? Kannst du das nicht sagen? Ja, haben sie auch geschrieben einige. Nee, ich kann es nicht lesen. Ach, möchtest du jetzt, dass ich den Chat durchgehe? Wo war denn das? Es ist ja schon ein bisschen weiter her. Nur Wasser, schreibt Katharina. Aber hat mit uns angestoßen. Lecker rotes Alster. Rosseggio. Oh, Alster. Ich liebe Alster. Ich hasse sowas. Ich liebe Alster. Äh, Wodka. Och, sag mal. Hoppla, Charlotte trinkt Wodka. Charlotte? Die Janine trinkt nämlich gerne Eierlikör. Das habe ich erfahren in der Übungsgruppe. Das macht meine Mutter auch. Und Babys. Nee. Nee, da kann... Babys, also da kann... Babys, da... Babys, da... Ja, das ist echt hart. Da kann ich... Vertrag ich nicht. Janine, das hätte ich wirklich nicht von dir gedacht. Also, Charlotte und Wodka hätte ich nicht von dir gesagt. Bei Demut19 ist alkoholfreier Sekt. Jenny trinkt auch. Solche Frauen liebe ich ja. Weißt du, die einfach... Maibohle gibt es hier. Was denn? Alkoholfreien Sekt? Ja. Aber nee, da machen wir Wich. Wir Wich. Rotwein. So, das ist jetzt hier. Hallo, Maik. Schreibt Niki noch. Upsa. Ich wollte nicht... Hilfe. Nein. Weg. So, das überfordert mich. Ist der Maik gerade... Jetonic, oh. Okay. Nee, Maik ist, glaube ich, nicht dabei. Der kommt immer mal so ab und an rein. Nur, ich kann ihn jetzt gerade nicht anrufen. Du kannst mir jetzt sagen, dass er heimkommen darf. Ach, guck mal. Der Mann von Frieda hat mir geschrieben, der... Warte. Seine Cousine würde euch das Buch illustrieren. Jetzt wird es spannend. Vetternwirtschaft. Mache ich auf jeden Fall. Ich liebe Vetternwirtschaft. Ich liebe Vetternwirtschaft. Das ist wirklich, also... Mein halbes Unternehmen besteht aus Vetternwirtschaft, so ungefähr. Bei Kata ist der Weißwein leer. Dann schenke ich halt nochmal nach. Kann doch nicht wahr sein. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh Gott. Also, falls du zuschaust, Mann, komm einfach nach Hause, dann mache ich aus. Ja. In dem Moment, wenn du kommst, Maik, kümmere ich mich darum, dass ich... Ich mache... Ich trinke jetzt dieses Glas aus und dann ist Schluss. Ja. Du kennst mich ja schon länger und meine Kathianer kennen mich auch schon länger. Die haben sich übrigens selber so getauft. Abschied fällt mir ja sehr schwer. Ich ziehe das gerne in die Länge. Ja. Es sind immer noch 200 Leute fast dabei. Ich weiß immer noch in der Zeit, als du es so oft noch in München warst und du übernachtet hast. Stimmt. Das war noch Zeit. Genau, da dachte ich immer, ich bin ja die arme Lehrerin, die morgens um 5 vor 6 aufstehen muss. Und Kathi muss ja genauso aufstehen, ja. Oder durfte, aber ja. Jedenfalls, es war wirklich so, dass ich dann um halb eins irgendwann gesagt habe, Kathi... Was? Ja. Und das Witzige war dann, dann hast du eine Serie geschaut auf deinem Handy. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der auf dem Handy... Für Sucht findest du immer eine Form der Befriedigung, ne? Das war Wahnsinn. Wobei meine neue Sucht ist ja... Ich habe mich ja verabschiedet von dieser Sucht. Ich bin ja ein eigenverantwortlicher Mensch. Ich webe jetzt. Ich habe heute deine Story gesehen. Kannst du dir vorstellen, dass die Mehrheit, dass der Mehrheit das nicht gefällt, was ich da mache und ich so stolz bin, das ist das erste Mal, dass ich keinen Rundrahmen webe als Untersetzer, Tassenuntersetzer. Das hängt hier an der Wand. Meine Tochter ist begeistert davon und die Mehrheit, der gefällt es nicht. Ich werde es noch optimieren. Nur, was ich meiner Tochter immer sage, für wen ist es das Wichtigste, dass es einem gefällt? Mir. Genau. Und das Wichtigste dabei ist ja, dass man währenddessen Freude hat. Ja. Und das hatte ich. Ja. Wobei es schon hart ist, ne? Also dieses, wie du sagtest vorhin noch, als wir noch thematisch am Punkt waren, wenn was nicht klappt und so, ne? Also beim Weben ist schon krasse Fummelarbeit und ich bin eigentlich überhaupt keine Fummlerin. Wird ausreden. Ich weiß nicht, warum du das freilich tust. Na, das ist, seitdem ich mich mit meinem Zyklus beschäftige, gab es übrigens eine Themenwoche bei mir dazu. In der lila-violetten Phase, in dem Herbst, in dem Haustrachen und so weiter, hilft es dir, dich mit deiner Kreativität zu verbinden. Das habe ich jahrelein nicht gemacht. Das singe ich immer. Naja, du kannst auch. Der Unterschied ist, dass du singen kannst und ich kann nichts von dem. Ja, also ausgebildete Gesang. Aber du kannst ja tanzen. Das kann ich. Nur das ist nicht die Kreativität. Ich habe das Weben für mich entdeckt. Ich webe. Ja. Ich lasse dich weben, solange du weben. Ja, und meine Tochter hat heute auch angefangen. Ja, ich bin die Weberin und die Weberin webt. Und meine Tochter wollte heute das Weben lernen. Habe ich ihr beigebracht. Voll stolz. Sie webt am Rundrahmen und ich habe mir mein neues Projekt hier. Und ihr werdet schon sehen, da werden noch die... Es wird immer geiler. Demnächst wollt ihr das alle kaufen von mir. Nee, also irgendwann werden sie auf jeden Fall beide zusammen. groß rauskommt. Was ich mich ja die ganze Zeit schon frage. Was ist aus der Rollschuh? Ja, richtig. Habe ich ernst gemeint? Ja, ja, klar. Aus welcher Rollschuhsache? Deine Rollschuhkarriere, die meinte ich. Die läuft. Ich laufe Rollschuhe. Und ich kann mittlerweile... Also vorwärtsfahren sowieso. Das beruhigt mich wirklich sehr. Ich kann über Kreuz... Rückwärts fährst. Ich kann so diesen hier machen. Und ich kann so drehen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann rückwärts fahren. Echt? Aha, aha, aha. Okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo du mich beeindruckt hast. Ja, mit wem nicht, oder was? Ja, nee. Damit kann ich mich halt so wenig identifizieren. Aha, aber so geile... Aber das liegt bei mir, Kathi, nicht bei dir. So geile... Ja, immer. Immer bei dir. Lieber mir. So geile Disco-Roller hättest du auch gerne, ne? Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist geil. Auf jeden Fall sind die ja in Regenbogenfarbe. Meine Tochter hat so pinke mit gelb und lila. Und ja, wir fahren. Und ich bin ja schon zwei oder dreimal aufs Steißbein geknallt. Das ist halt nicht so geil. Vor allen Dingen, weil ich halt auch schon 40 bin und keine 20 mehr. Das wird dir dann hart bewusst. Das macht sie mich an in ihrem Urlaub. Oh Gott. Du Angst. Das ist so schlimm, Martina. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Es tut so weh. Warum habe ich das gemacht? Weinschleife. Und währenddessen stand sie vorm Spiegel. Wie hole ich mein Kind aus der Weinschleife raus? Ich kann nicht mehr so weh tun. Ich kann nie wieder laufen. Gibst du, du standst vorm Spiegel. Nein, stand ich nicht. Ich habe dich ja erreicht, wenn ich dich nicht erreicht habe. Ich konnte ja gar nicht mehr stehen, du blöde Kuh. Hier, den hier. Ich kann nicht mehr sehen. Oh Gott, jetzt wird es langsam weniger. Meinst du, das hat mit meinen Rollschuhgeschichten zu tun? Nee, überhaupt nicht. Ich finde die Idee mit dem Rollschuhlaufen mega. Und übrigens, ich wollte dir sagen, du hast total viele Mamas inspiriert in meinem Umfeld, die jetzt auch anfangen, mit ihren Kindern zu reiten. Ja, mache ich auch. Deswegen. Du hast dich inspiriert. Meinst du? Ja. Ja, ja. Das haben sie mir erzählt. Hier schreibt gerade eine. Ich weiß nicht, wie der Zyklus-Tanz aussehen kann. Ich setze da auf Kati. Ich sage euch eins, Leute. Wer mir schon länger folgt und bei der Zyklus-Woche dabei war, da habe ich kurz einblicken lassen, wie meine morgendliche Zyklus-Routine aussieht. Und auch heute Morgen habe ich meinen kleinen Zyklus-Tanz gemacht, entsprechend der violetten Phase. Als ich die Zyklus-Woche gemacht habe, war ich in der schwarzen Phase. Da sah der Tanz etwas anders aus. Die violette Phase ist auch die Kriegerin. Vielleicht könnt ihr euch ungefähr Kopfkino vorstellen, wie ich heute durchs Büro gefegt bin. Du brauchst englisch sprechende Musik. Und dann... Ist es dein Ernst? Mein voller Ernst. Das glaubst du mir nicht, ne? Doch, ich komme ins Büro, dann räuchere ich erstmal aus, dann lüfte ich, dann mache ich wieder schotten dicht, mucke an, ein Lied speziell für die Phase, dann mache ich mir einen gewissen Duft rum, entsprechend zu der Phase und dann geht's los. Einmal den Song durchtanzen. Super, geil. Dann fange ich an zu arbeiten. Ach, meinen Zyklus-Tee trinke ich dann auch noch. Das ist echt geil. Das aller lustigste finde ich ja, dass du jetzt jemanden gefunden hast, der den Online-Kurs für dich macht, den du brauchst für deine Mondphase. Ja, genau. Das ist die Anita und die habe ich angeschrieben. Und die Anita entwickelt das gerade, den Kurs für mich. Und der wird für ganz viele andere auch mega geil sein, weil, genau, Mondrituale, weil, oh Gott, jetzt tauche ich ja wirklich in dieses Thema wieder. Aber ich liebe das Thema, weil, das könnt ihr mal wissen. Das könnt ihr mal wissen jetzt. Das könnt ihr mal wissen. Mit 39 habe ich erfahren, dass die Frauen einen Zyklus haben, der vier Phasen hat, die abhängig vom Mond sind. Und seitdem ich das weiß und mich damit beschäftige, bin ich mit mir in Verbindung wie noch nie in meinem Leben. Und ich wünsche allen anderen, dass sie das auf jeden Fall früher erfahren. Und im besten Fall schon vor der Pubertät und auch in der Pubertät begleitet werden. Sowohl Frauen als auch Männer. Sowohl weiblich als auch männlich. So, das war eine Rede ans Volk. Du meinst, dass die Männer wissen, was bei den Frauen passiert. Ja, das ist super wichtig. Das hilft hier im Haushalt sehr. Ich habe hier eine Zyklusuhr. Findest du auch bei mir in der Story. Hängt da, zu meiner Linken. Für meine Kinder und ich habe auch für meinen Mann ein Plakat. Was übrigens die Anita, Anita Neumann, könnt ihr mal bei Instagram gucken. Anita Neumann. Genau. Und die war letzte Woche da, weil ich sie gefragt habe, ob sie das für mich machen kann. Ich brauche da eine gewisse Anleitung. Und für die Mondrituale. Weil alleine ist irgendwie nicht so geil, ne? Sitzt du da alleine, macht ein bisschen Puff, Puff und Pfiff, Pfiff, Pfiff. Irgendwie passiert nichts. Dir passiert auch nichts. Stell es mir gerade wieder live vor. Einfach so. Ja. Ich versuche es nur. Das ist was. Da brauche ich eine Anleitung. Die besorge ich mir. Ist auch eine Strategie, ne? Ich habe mein Bedürfnis erkannt. Und ich besorge mir meine Strategie. Ich kümmere mich. Dafür feiere ich dich. Ich bin heute Nacht tatsächlich. Ich konnte gestern auch nicht einschlafen. Ach was? Voll möglich. Ich habe mich auch aufgestanden und habe eben den Vollmond gesehen. Und dachte mir auch nur so, da hättest du mir jetzt wieder eine Erklärung für. Ja, wobei ich da im Live am Montag aufgeklärt wurde. Weil meine Katianer sind ja auch im Thema mittlerweile. Es war der Supermond. Der ist näher an der Erde dran und deswegen noch viel heller. Ach und deswegen. Guck mal, wie sie guckt. Wie sie guckt. Noch viel schlechter. Ja. Aha, Moment. Ja. Brauchst eigentlich gar nicht ins Bett zu gehen. Ne. Ne. Genau. Wahrscheinlich habe ich irgendwie Trennungsschmerzen beim Einschlafen. Ich weiß nicht auf jeden Fall. Brauchst du eine Tröstung? Ne, eigentlich nicht. Ne. Nächsten Rufi erfahren. Ja, mein Handy ist halt nachts aus. Auch eine Strategie. Ja, das ist eine wahre Freundin, weißt du. Willst du mal anrufen? Ne. Das geht so leicht nicht mehr bei mir. Ja. Ja. Ja, ich finde es mega schön, dass du da so reingefunden hast. Also ich habe den Online-Kurs, das möchte ich unbedingt machen. Du weißt doch schon so viel von mir. Kathi, sag mir mal kurz, ich habe das und das. In welcher Phase bin ich jetzt? Was heißt das jetzt genau? Du hast doch den privaten Kurs, hast du doch. Ich bin ja nicht blöd und bezahlert, weil ich bin Schwäbin. Meine Güte. Ach ja, das ist auch so anstrengend, du und dein Schwabinismus. Ja, das ist, was die Leute immer nicht verstehen, dass Schwaben unglaublich großzügige Menschen sind. Sie geben nur ungerne unnötiges Geld raus. Ja, nur die Frage, was nötig und unnötig ist, die darf ja nochmal diskutiert werden. Das stimmt. Und, nicht? Also ich will ja jetzt auch nicht alle Schwaben in einen Topf werfen, nur es gibt da schon diverses. Trotzdem. Diskussionspotenzial bei uns. Ich setze mich eigentlich immer durch. Könnt ihr euch bestimmt überhaupt nicht vorstellen. Wo kommst du hier aus im Ländle, wird hier gefragt? Aus Ravensburg. Aha, wusste ich auch noch nicht. Ravensburg. Ach, da ist doch der Verlag. Wo die Spiele herkommen. Wo die Spiele herkommen. Wo die schönen Türme sind. Ravensburg ist eine wunderschöne Stadt. Würde ich trotzdem nie wieder hinziehen. Also du wirst nicht gebucht für einen Werbeblock für Ravensburg. Das hast du dir damit verstanden. So viel zum Thema Verkaufen habe ich bei dir gelernt. Klappt leider nicht. So, hier, letzter Schluck, Leute. Genau. Na, trink aus. Gut. Guck mal, Janine hat das studiert in Ravensburg. Wirklich? Hast du an der BA studiert? An der PH? BA oder PH? Weiß ich nicht. Schreibt sie gleich. Sehr cool. Pauline Apfelsine. Wirklich wunderschön. Was jetzt? Ravensburg? Die Türme? Die Türme. Ja, die Türme. Superschön da. Ja, aber ich komme da von ein bisschen weiter weg. Aber ich war dort auf der Schule. Ich bin jeden Tag mit dem Bus da reingefahren. Meine Güte, war das eine Tortur? Also meine Empathie hält sich gerade in Grenzen. Ja, an der DHBW, schreibt Janine. Okay. Krass. Lena findet Anita Neumann nicht bei Instagram. Das kann nicht sein. Dann guck mal. Doch, Anita Neumann. Auf jeden Fall. So heißt sie. Ich kann ja jetzt nicht gucken. Das ist auf jeden Fall ihr Account. Doch, doch. Den hat sie auch so umbenannt. Aber es gibt wahrscheinlich so viele, gell? Sonst guck bei mir unter Abonniert. Ich habe sie ja abonniert. Da wirst du sie gefunden. Äh, finde ich auch. So, Schluss jetzt. Im Lieben. I love you. Im MeToo? Nein, ich liebe dich auch. Ach, weißt du, ganz kurz dazu eine Anekdote. Ich kriege jetzt immer wieder Anfragen, ob ich Beratungen auch in Englisch mache. Ja, no way. Und dann sage ich immer. Geht leider nicht. Also bei mir nicht. Ich würde so gern nur. Ich habe immer Sorge, dass ich das dann nicht so rüberpringe. Ja, also das kannst du ja gern machen. Aber ich, ich definitiv nicht. Ich kriege auch keine Anfragen. Schau zu, wie dein Spiegel fehlt dir meine Empathie. Sorry, ich habe gerade nicht schnell genug reagiert. Oh, du kriegst gar keine Anfragen. Oh je. Ach, komm. Schluss jetzt, Martina. Schluss jetzt. Ja, hau rein. Ist der Mann keinem gekommen? Nö. Der kommt erst, wenn er sieht, dass wir weg sind. Ja. Der ist halt nicht so weit. Nee, der hat sich weit. Der ist direkt um die Ecke. Ihr Lieben, schön, dass ihr so lange dabei wart. Ja, total. Und euch dieses Gestammelt von uns hat. Es gab ja anfangs noch eine Stunde Impulse. Das kannst du jetzt so nicht sagen. Also wer möchte, kann jetzt nochmal zurückspulen, wer später reingekommen ist. Anfangs haben wir wirklich auch mehr Content mitgegeben. Ja, ich speichere das ja jetzt auch. Ja, genau. Bisschen leidisch bin ich schon, muss ich sagen. Oh, eine Sache wollte ich noch ganz kurz erzählen. Ich hatte heute die Mega-Idee. Ach. So viel zum Thema, ich kann mich nicht verabschieden. Ja, genau. Ich war eigentlich kurz soweit. Meine Kinder im Homeschooling sind gerade, obwohl sie bisher immer wirklich extrem motiviert waren durch das Konzept, das ich hatte, habe ich gemerkt, so langsam schlacht es ab. Ja, und damit komme ich ja gar nicht klar, wie meine Kinder nicht mehr motiviert sind. Dann läuft es nicht. Nee, wahrscheinlich konnte ich deswegen gestern nicht schlafen. Dann hast du was falsch gemacht. Dann ist mir gleich gestern eingefallen, als ich nicht schlafen konnte, die brauchen Abwechslung. Ist ja klar. Ja, und ich dachte immer viel Abwechslung, Pulse, wir haben jeden Tag einen Motto-Tag und so weiter. Jetzt hatte ich die Mega-Idee, wir machen eine Pyjama-Party. Das heißt, wir treffen uns nächste Woche am Abend, einmal in der Jungsgruppe, einmal in der Mädchengruppe, das wollten sie so, in der Pyjama-Party. Und die Kinder hatten die Idee, wir putzen dann zusammen gemeinsam Zähne, wir treffen uns alle gemeinsam im Bett und jetzt habe ich sie wieder. Ja, mega. Wunderbar, sie haben heute wieder mit Freude gelernt. Das ist nicht irre? Nur wegen dieser Pyjama-Party. Die brauche ich es manchmal. Mein Mann ist jetzt gekommen, jetzt ist Schluss. Oh, okay. Ja, Feierabend. Danke, Pulse. Oh, und ganz kurz, wo kann ich die Ausstellung über die Wettzeit, kann ich die anschauen? Ihr könnt auf maikstammer.de mit E-I, das ist ganz wichtig. Nee, maikstammer.com. Okay. So, und da siehst du die Ausstellung oder du gehst zum Kunstfeilen Lemko. Und auf jeden Fall ab dem 9.5., also ab Mutterdach. Oder Instagram sieht man es wahrscheinlich auch, oder? Kannst du auch auf Instagram bei maikstammer, wichtig ist, mit E-I. Ja. Mit E-I. Mit E-I. Maik mit E-I Stammer. S-T-A-M-E-R. Ja. Da findest du ihn. Du weißt, folgst du ihm noch nicht? Doch, klar folge ich ihn. Na, also dann müsst ihr doch da... Ja, ich weiß ja Bescheid. Ach so, du fragst für eine Freundin. Nein, ja, wo man die Ausstellung angucken kann. Du fragst für eine Freundin. Auch so ein Marketing-Gag, ne? Ach so, echt? Wusste ich nicht. Ach guck mal, der Marc ist am Start, die Sau, du. Ja, schon wieder. Kommt der Marc hier um 22.18 Uhr. Er schleißt sich immer einfach rein, nicht rein, weißt du? Um 22.18 Uhr. Was ist denn das für eine Uhrzeit, Marc? Die anderen 400 haben auch nicht gefragt, ob sie rein dürfen. So, haut rein jetzt. Schluss. Ja, Schluss jetzt. Schlaf gut. Bis morgen, mein Schatz. Wir haben einen Call. 15.50 Uhr. Danke fürs Dabeisein. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ach, ich lege ja auf. Warte mal, wo denn? Ich freue mich, mein Spaß. Spaß?